Musik Am Literarischen Quartett nehmen heute wie üblich teil Sigrid Löffler, Profil Wien Helmut Karasek, Der Spiegel Hamburg Es nimmt nicht mehr teil Unser Freund Jürgen Busche Der vom Bundespräsidenten ins Bundespräsidialamt berufen wurde Und meinte, seine neue Aufgabe sei Mit der Teilnahme am Literarischen Quartett nicht in Einklang zu bringen Wir danken Jürgen Busche für seine bisherige Teilnahme An seiner Stelle Frau Clara Obermüller Germanistin und Kritikerin aus Zürich Früher einmal in der Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung tätig Später Feuilleton-Chefin der Weltwoche 14 Jahre lang geschätzte Mitarbeiterin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Des Literaturteils Und nach wie vor bei der Weltwoche tätig Das wär's Frau Obermüller Ich glaube, Sie müssten noch vorgestellt sein Für den Menschen, der die letzten 14 Jahre in Australien war und gestern zurückgekommen ist Marcel Reich-Ranitzki Herzlichen Dank Frau Obermüller, Ihr Landsmann Friedrich Dürrenmatt Für den wir Sie denn noch nicht verantwortlich machen wollen Hat ein neues Buch Hat ein neues Buch publiziert Was halten Sie von diesem Roman? Wir sind ja Gott sei Dank nicht beim Sport Sie haben es schon gesehen Und ich brauche nicht für meine Mannschaft zu trommeln Über den Roman von Dürrenmatt etwas zusammen Den neuen Roman von Dürrenmatt etwas zusammenhängendes Sagen zu wollen Das wollen Sie mir bitte ersparen Das ist ein Ding der Unmöglichkeit Denn Sollten wir zunächst mal sagen, wie er heißt? Ja, ich wollte es gerade sagen Denn der Roman heißt nicht nur das Durcheinandertal Sondern er ist auch ein heilloses Durcheinander Und zwar in zweifacher Hinsicht Zum einen, was den Erzählstil betrifft Dürrenmatt erzählt wild, assoziierend, meandernd, konfus teilweise Und ein Durcheinander ist aber auch die Geschichte, die er da erzählt Die Welt, die er in diesem Roman schildert Es ist eine Welt, in der Gut und Böse sich nicht mehr unterscheiden lassen Eine Welt, in der Gottvater nur noch deswegen sich von einem Chef eines Verbrechersyndikats unterscheidet Weil er einen Bart hat, das ist alles Und wo die Menschen nicht mehr wissen, wo die Wirklichkeit endet Und die große Täuschung, die Projektion ihrer Sehnsüchte an den Himmel, ihrer Illusion beginnt Das könnte alles den Stoff für eine Parabel oder auch für eine beißende Satire abgeben Aber ich muss leider sagen, es tut es nicht Ich halte diesen Roman von Dürrenmatt leider für ziemlich misslungen Er ist zwar unverwechselbar Dürrenmatt, er hat den Sound von Dürrenmatt Wie man bei der Musik sagen würde Er enthält alle Motive, die wir von Dürrenmatt her kennen Aber auch das Personal ist fast zu bekannt Man denkt dauernd, man sei den Leuten schon mal begegnet aus früheren Stücken von Dürrenmatt Sie gleichen sich alle wie ein Ei dem anderen Und das Ganze ist mir eigentlich vorgekommen, als hätte Dürrenmatt nochmal in den Fundus seiner Ideen gegriffen Und sowas ähnliches wie ein Plagiat seiner selbst gemacht Dagegen gibt es kein Gesetz, aber man hätte es eigentlich nicht tun sollen Mit einer einzigen Ausnahme, und das muss der Gerechtigkeit halber auch gesagt sein Das ist der Schluss Das ist diese gewaltige, wort- und bildgewaltige Apokalypse In der Dürrenmatt diese ganze Welt, dieses Durcheinandertal, unverkennbar die Schweiz Untergehen lässt, in Flammen aufgehen lässt Und nur eins triumphiert Die Schöpferlust, ob nun des Menschen oder Gottes, das kann ich nicht entscheiden Da ist er noch einmal der ganz große Dürrenmatt Aber es sind nur etwa sieben Seiten Und das finde ich für einen ganzen Roman doch etwas wenig Ja, ich wollte nur sagen, dem lässt sich eigentlich kaum was hinzufügen Außer diese etwas peinigende Überlegung Man erkennt die Kulissen wieder, die Dürrenmatt verlassen hat Die Personen haben sie verlassen Aber Dürrenmatt hat mal zu einem Theaterstück den Satz gesagt Eine Geschichte ist dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat Wie kommt es, dass ein Autor von niemandem geschützt wird, bevor er seine schlimmstmögliche Wendung nimmt? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt Also es ist, weil das Schlimme dabei ist Man ertappt sich auf einmal bei dem Verdacht Hat man die früheren Stücke, Romane überschätzt Weil sie jetzt auf den endgültigen Punkt ihrer Banalität gebracht worden sind Es ist einfach, natürlich kann man sich, wie manche Kritiker es getan haben Und wie in den Zeitungen zu lesen war Dann darauf zurückretten, dass Dürrenmatt zeigt Dass die Welt ein Chaos ist und Gott ein Schurke wie jeder Verbrecher Und so weiter und so fort Nur diese Behauptung wird durch keinerlei Literatur gestützt Und auf einmal überlegt man sich, ob zumindest Achterloh nicht mindestens schon genauso katastrophal war Sie könnten weiter zurückgehen Ja, ja, ich weiß, wie der Täufer Ich habe letztes Jahr die Physiker nochmal gesehen Und ich fand sie eigentlich auch schon etwas penibel Naja, vielleicht haben wir ihn wirklich überschätzt Wahrscheinlich ist der Dürrenmatt immer ein ganz guter Kabarettist gewesen Und Klamauk war ja immer seine Stärke Also ich muss sagen, ich habe diesem sehr missglückten Text doch etwas abgewonnen Vielleicht sollte man ihn als theologische Farce lesen Ich habe das jedenfalls mal versucht Und da bin ich dann doch eigentlich so auf ein paar Seiten gekommen, die mich amüsiert haben Und im Übrigen würde ich doch meinen, dass man als Dürrenmatt auch das Recht hat Einmal ein total missglücktes Buch zu schreiben Also ich glaube, die Idee, das als theologische Farce zu verstehen Das ist ja der einzige Ausweg Wenn alles miserabel ist, sagt man, es ist tiefsinnig Und man gewinnt etwas Raunendes der Sache ab Ich weiß nicht, ob... Einmal will ich etwas Freundliches sagen und dann Tadel für mich Nein, 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 nein Ich muss mich Ihnen widersetzen aus einem anderen Grund Ich finde dieses Buch abscheulich Aber die Frage, warum sowas passieren konnte, scheint mir wichtig Ich bin aber auch sehr dagegen, dass wir den ganzen Dürrenmatt-Export in Mülleimer fördern Das geht nun doch nicht Er hat den Besuch der alten Dame geschrieben, der immer noch sehr gut ist Er hat die Panne geschrieben, eine der besten deutschen Erzählungen nach 1945 Eine grandiose Erzählung Die Physiker waren gleich etwas albern von Anfang an Über die Physiker ist die Zeit schon weggegangen Und nach Tschernobyl kann man diese Späßchen nicht mehr machen, die er da macht Meteor würde ich noch gelten lassen Parziell, der Auftritt des Kritikers, immerhin Das ist die einzige Rolle, die mir ernsthaft im Theater angeboten wurde, der Kritiker Sie hätten es ja auch gut spielen können in dem Stich Ja, ist wenig Text, man braucht nicht viel auswendig zu lernen Also, ich glaube nicht, dass wir Dürrenmatt-Export hinrichten sollten Die letzten Sachen sind in der Tat Achterloh und dergleichen ziemlich läppisch und albern Warum kann man das nicht verhindern? Können Sie es von einem Verleger erwarten, dass er so ein Buch nicht drückt Wenn er genau weiß, dass das Buch für Miserables auch sein, mal Geld bringt Darf ich indiskret werden? Es ist zwar nicht fein, darüber zu reden, über das Privatleben und über das Verlagsleben von Autoren Aber manchmal gibt es biografische Ereignisse, die eine Texterzeugungsmaschine nochmal anwerfen Sie wollen doch nicht von einer Frau ins Gespräch bringen Nein, 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 ich wollte mehr nicht sagen, als ich gesagt habe Ja, aber das ist zu geheimnisvoll Nein, 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 die Leute, die am Fernsehschirm, am Bildschirm sitzen, zahlen monatlich einen Betrag Und haben das Recht zu erfahren, was sie gemeint haben Ich würde wirklich sagen, Dürrnmatt war ein Witwer, er war sehr verlassen Er hat jetzt wieder eine Frau, die heißt Kerr Sie hat mit dem Kritiker gleichen Namens nichts zu tun Es ist reiner Zufall Und sie scheint mir eine Frau nach dem Muster zu sein Friedrich Aufstehen Dichten Herr Karasek, was Sie sagen, ist sehr möglich, aber weder Sie noch ich können das beweisen Ich bin dagegen, dass wir die Autoren eskulpieren, indem wir die Schuld den Ehefrauen zuweisen Mag ja sein Aber ich meine, die Ehefrau von Richard Strauss, die gesagt hat, aufstehen, komponieren Er hat dennoch bis zu den letzten Liedern lauter gute Sachen komponiert Doch ernst Lauter, lauter Na ja, na ja Leiser und lauter Verglichen mit dem, was heute so komponiert wird, ist ja nicht der schlechteste deutsche Komponist Wir einigen uns vielleicht dahingehend, dass dieses Büchlein misslungen ist Aber dass wir von dem Verleger, Diogenes Verlag, nicht erwarten können, dass er es ablehnt Wenn er von vornherein weiß, dass alles, wo der Name Dürrenmatt drüber steht, gut verkauft wird Ja, die Rechnung ist bereits aufgegangen Ja, ist schon gut verkauft Natürlich, wer berühmt ist, kann jeden Dreck publizieren Das würde ich nicht so laut sagen Ja, aber manchmal, Sie kennen doch die Geschichte von Voltaire, zu dem ein junger Autor kam mit dem Manuskript Und Voltaire sagte, mein lieber Freund, so nachlässig und schlecht werden Sie schreiben, wenn Sie berühmt geworden sind Jetzt müssen Sie sich noch Mühe geben Dürrenmatt gibt sich eben keine Mühe Und wie ist es denn eigentlich mit Manfred Bieler, Herr Karasek? Das ist doch ein Buch, dessen Behandlung Sie gewünscht haben Ja, ich habe diese Behandlung gewünscht Ich möchte das Buch zunächst mal möglichst neutral vorstellen Manfred Bieler, Still wie die Nacht, heißt das Buch Das ist ein besonders kitschiges Lied aus der Nazizeit, das die Mutter des Erzählers besonders gern gehört hat Es sind die Memoaren eines Kindes Das heißt, der über 50-jährige Bieler erinnert sich an seine schrecklichen Jahre, die er mit fünf erlebt hat Einen Alkoholiker als Vater, einen Schwächling und eine Nymphomanin Oder um es deutlicher zu sagen, eine Frau, die an keiner Hose, die in dem Roman oder in den Memoaren vorkommt, vorbeikommt, ohne sie nicht ausgezogen zu haben Das ist das Personal dieses Buchs Nun bin ich auf Besprechungen gestoßen Zum Beispiel bei Tilman Moser in der Zeit Der gesagt hat, man kann das Buch gar nicht allein lesen, so schrecklich sei es Es war eine so bedrückende Kindheit, dass man also Hilfe braucht, um das Buch zu lesen Das hat sich inzwischen angehäuft, ich habe das Buch ohne Hilfe gut lesen können Sie sind anders als Tilman Moser kein Psychoanalytiker Das ist mein Glück Das eben, das will ich doch bemerkt haben Herr Karasik, war das eben ein Zufall, dass Sie Roman sagten statt Memoaren? Ja, das war kein ganzer Zufall, denn wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, so denkt man auf einmal aus mehrerlei Gründen Das kann nur ein Roman sein, denn ein dreijähriges Kind, natürlich gibt es romanhafte Visionen, was man sich, ich muss keine Beispiele nennen, was man sich in frühester Kindheit vorgestellt hat Ich denke an Günter Grass, um nur ein Beispiel zu nennen Aber dieses Kind, das vorgibt, seine Memoaren zu schreiben, erinnert sich detailgerecht an das rote Kleid der Mutter Und es erinnert sich auch an biologische Vorgänge, an die es sich nach bestem Wissen nicht erinnern kann Ich will das Beispiel gleich nennen, damit wir es vom Tisch haben Dieser Fünfjährige kann nicht nur onanieren, sondern er kann es auch mit Erfolg Und das nehme ich Herrn Biele auch mit 50 nicht ab Ja, aber Herr Karasek, hier muss ich Ihnen leise widersprechen Gar manches wird in der Literatur geschrieben, dargestellt, was im Leben nicht möglich ist Es ist dennoch nicht schlechte Literatur Der Witz besteht doch darin, dass alles wird erzählt aus der Perspektive eines vier, fünf, sechsjährigen Kindes Bis sechs, bis knapp unter sieben Das hatten wir in der Literatur schon einmal, Sie haben es vorher genannt Blechtrommel, Oskar Mazerat bei Günter Grass Nur, und das ist der gewaltige Unterschied Dies hier erzählt ein kleines Kind In der Blechtrommel erzählt es einer, der ausschaut wie ein Kind, aber den Verstand eines erwachsenen Menschen hat Was mich an dem Buch zunächst stört, mich stört alles an dem Buch, aber das zunächst einmal Ist, dass der Bieler sich hinter dem Rücken eines kleinen Kindes versteckt Ich bin ja immer dagegen, dass sich die Autoren hinter Dummköpfen, hinter infantilen Wesen verstecken Macht doch intelligente Leute, so ich erzähle Nein, die glauben, die machen sich die Aufgabe leichter, indem sie so ein Kindchen erzählen lassen Ich muss Sie da mit einem korrigieren Ein Kind kann ja auch mehr sehen als ein Erwachsener Das ist ja der Reiz von Kinderliteratur Es versteckt sich ja nicht hinter einem Dummkopf Sondern er versteckt sich hinter einem Wesen, das angeblich oder auch in der Wirklichkeit andere und stärkere Eindrücke haben kann als ein Erwachsener Und sie auch anders formulieren kann als ein Erwachsener Wenn das stimmte, was Sie eben gesagt haben, dann dürfte es ja überhaupt keine Kindererinnerungen geben Und es gibt ja wunderbare in der Literatur Und es kann ja sehr faszinierend sein, wenn ein Mensch von, was weiß ich, 40, 50 Jahren Wenn er eben seine Erinnerungen zu Papier bringt Versucht, sich noch einmal in das Bewusstsein Ja, aber aus welcher Perspektive erzielt er? Das geht aber nicht Wir wissen doch alle, dass man vor dem dritten Lebensjahr keine Erinnerungen mehr hat Er beginnt praktisch seine Memoiren im Säuglingsalter Das wollte ich ja gerade sagen, Sie haben mich ja nicht ausreden lassen Also Es geht ja in jedem Fall bis zu einem gewissen Grad schief Weil man sich eben von drei Jahren und davor müssen wir gar nicht reden Das gibt es nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig Aber auch sich an sich als fünfjähriges oder siebenjähriges Kind zu erinnern Muss ja bis zu einem gewissen Grad scheitern Weil wir uns eben nicht erinnern Und weil wir unser Bewusstsein, das wir heute haben, ja nicht ungeschehen machen können Aber dieses Scheitern kann ungeheuer reizvoll sein Bei Bieler finde ich es nicht reizvoll Und zwar gerade deswegen, weil er den Anspruch erhebt Sein Gedächtnis sei universal und vollkommen Und er habe nichts dazu gefügt, behauptet er Er erhebt nicht den Anspruch Er hat manchmal Einschübe, wo er sagt Ich kann tagelang mich nicht erinnern Weil dieses Erlebnis so bedrängend und so bedrohlich ist Und dann kommt es mit Daten und mit wenig Auslagen Nein, mich stört etwas anderes Ich würde dem Buch diese Fiktion gerne abnehmen Ich finde nur Ich will ein anderes Beispiel sagen Ich will ein anderes Beispiel sagen Ich habe mich über Sartres Flaubert-Biografie Damals unheimlich geärgert Der Idiot in der Familie Weil Herr Sartre, ohne dass sich die Mutter von Flaubert wehren kann Die noch in der Nacht, wie sie Flaubert empfangen hat, beschimpft Und wie sie keine Lust hatte und so Das dachte ich, die arme Frau kann sich nicht wehren Und ich habe während dieses ganzen Buchs Während dieses ganzen spießigsten Buchs gesagt Die Mutter von Bieler kann sich nicht mehr wehren Wie sie von diesem Kretin misshandelt wird in diesem Buch Das ist das wirklich Störende daran Die Frau hat einen Alkoholiker zum Mann Der die meiste Zeit in einem Lungensanatorium ist Und der sich nicht um seine... Und sie schläft ab und zu mit anderen Männern Was gibt diesem dreijährigen, vierjährigen Knirps das Recht Sich darüber zu entrüsten wie ein Landfahrer Und sich darüber aufzuregen Warum tut er immer so, sagt Jetzt kann ich nicht weitererzählen Vor Schreck, jetzt kommt es ganz schlimm Und dann schläft sie mit irgendeinem hübschen, schwarzhaarigen Menschen Und hat Vergnügen dabei Was kann daran so verbrecherisch sein? Das Schlimmste ist immerhin, dass sie auch versucht mit dem Sohn zu schlafen Vielleicht ist es das, was... Er hilft ihr doch dabei Er hilft ihr doch dabei Er fährt mit dem Finger Wenn ich schon bei solchen Details Bei Bieler wird man leicht schlüpfrig Er fährt ihr unter den Schlüpfergummi Und es macht ihm Spaß Und am nächsten Tag sagt er, das lud er Aber es ist doch nicht der vierjährige Junge, der sich entrüstet Sondern der über 50-jährige Herr Bieler, der so tut Das ist ja noch schlimmer Es gibt einen wunderbaren Film von Louis Mal Herzflimmern Das ist eine solche Freude, wie die Mutter endlich mit dem Sohn Soll er sich doch freuen, dass eine Mutter hatte... Ja, Herr Karasen, da kann ich ungeschehen, dass der Bub 17 Jahre alt ist Da macht es vielleicht schon mehr Freude Herr Karasen, Sie erzählen hier die Details aus dem Roman Und werden dazu beitragen, dass viele Leser sich nun auf den Roman stürzen werden Dagegen habe ich nichts Dagegen haben Sie nichts Ich schon Ich möchte das als die bessere Bücher lesen als den Bieler Vielleicht darf man etwas hinzufügen Nach meinem Gefühl ist dieses Buch vor allem schlecht geschrieben Wäre es nämlich gut geschrieben, würde dieser Umstand, dass dieser drei-, vierjährige sich so grausam über seine Mutter immer wieder äußert Den würden wir eher hinnehmen Die moralische Seite würden wir hinnehmen, wenn es literarisch besser wäre Das Buch ist unendlich monoton und es hat eine merkwürdige Eigentümlichkeit, die ich an einem drastischen, wiederum, wenn auch nicht schlüpfrigen Beispiel verdeutlichen möchte Es macht der Junge sehr oft in die Hosen Ja Ungefähr dreimal wöchentlich Ich finde, ein Satz würde genügen Ich, könnte Bieler schreiben, habe damals dreimal wöchentlich zwei Jahre lang in die Hosen gemacht Schön Er erzählt es uns aber immer auf jeder dritten Seite wird noch einmal erzählt, wie er in die Hosen macht Detailliert, wie das ausschaut und dergleich Aber wenn es doch wenigstens detailliert wäre Der Mann hat Na, wir reichen Nein, nein, nein Der hat ja gar keine Sprache Er schreibt auch Diese traurigen Memoiren bestehen darin, dass er nach jedem, wenn wieder ein kleiner Aufschwung kommt Ich habe es nicht gezählt, aber mindestens 40 Mal Ich fühlte mich wie im siebten Himmel Die Mutter redet wie ein Wasserfall Also es kommt ein Klischee nach dem anderen Ja, und noch eine Kleinigkeit Ihnen aufgefallen, er schildert um ein bestimmtes kleinbürgerliches Milieu Ich kenne dieses Milieu genauestens Ich erkenne alles wieder Das war nämlich alles in der Blechtrommel schon drin Dass dasselbe Milieu das Gras geschildert hat Wenn Sie sagen, in Danzig und da, wo der herkommt, zert Sind die Leute vielleicht ähnlich, mag ja alles sein Aber das Buch ist unselbstständig Und es sind einige Leute mit Tilman Moser an der Spitze Darauf reingefallen, in dem sie sagten Ein ungeheures Erlebnis, man kann es gar nicht ruhig lesen Ja, aber Herr Reichenitz, es ist doch kein Zufall Dass ausgerechnet ein Psychoanalytiker auf dieses Buch so abfährt Natürlich, also ich finde, es geht auch nicht an, dass wir andauernd Bieler sagen Wenn wir den kleinen Helden dieses misslungenen Buches meinen Man darf das auch nicht so gleichsetzen In Wahrheit ist das geradezu ein Schulbuchfall Eine Studie, eine Therapiestudie Entschuldigen Sie bitte, wenn wir Bieler sagen, so deshalb Weil das Buch nicht der kleine Junge, sondern Manfred Bieler geschrieben hat Ja, das dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen Ja, aber die Ich-Figur kann man nicht so ohne weiteres mit Bieler gleichsetzen Darauf würde ich doch mal schon Wert legen Er tut er selber Ja, aber ich tue es nicht Ja, wir brauchen es nicht zu tun Das Ganze ist, glaube ich, wirklich eher als Therapeutikum zu verstehen Deshalb sind wahrscheinlich auch Psychoanalytiker so davon entzückt Nein, nein, nein Sehen Sie, das ist der Punkt, wo unser Ansicht nach Als Literatur kann ich über das Buch nicht reden Weil als Literatur ist es zu belanglos und auch zu wertlos Ja, als Literatur belanglos Therapeutikum, das heißt, aus dringendem Bedürfnis geschrieben Er musste seine Erlebnisse loswerden Kein Wort glaube ich Frau Alice Miller, die Psychoanalytikerin in ihrem nächsten Buch Über die armen Kinder, die alle das Opfer der schwarzen Pädagogik sind Auf dieses Buch eingehen Aber was war nun der Motor, der veranlasst hat, in den Impuls das Buch zu schreiben Ich glaube, ein einziger Der hat sich hingesetzt und hat sich überlegt Worüber schreibe ich jetzt einen Roman, der erfolgreich sein soll Das ist ein ganz kalt kalkuliertes Buch Und dieser Geschlechtsakt zwischen der Mutter und dem fünfjährigen Knaben Ist ganz ans Ende Wie soll das Liebestod tristern? Das ist der Höhepunkt des ganzen Buches Das ist ganz deutlich geplant und kalkuliert Das können Sie ihm nicht vorwerfen Ich möchte wirklich nicht unterstellen, warum Herr Bieler das Buch geschrieben hat Es ist mir egal, warum er es geschrieben hat Er könnte es geschrieben haben, weil er uns ärgern wollte Und wenn es ein gutes Buch geworden wäre, wäre es trotzdem Nein, zur Psychoanalyse taugt es aber aus einem ganz anderen Grund nicht Der Junge oder der Erzähler oder wer auch immer gibt, Seite für Seite zu erkennen, dass er von nichts betroffen und verändert ist Er wirft am Ende der Großmutter vor, dass sie schon gewusst hat, dass er zum Geburtstag eine Schultasche bekommt Big Deal kann man da nur sagen Was ist denn schlimm, dass die Großmutter einen halben Tag vor Herr Karasek, ich habe einen Vorflag Aber dieser Buben wird natürlich schon ganz übel mitgespielt Aber es wird ihm so exemplarisch übel mitgespielt, dass ich ihm schon wieder kein Wort glaube Ich finde, es wird ihm nicht übel mitgespielt Deswegen glaube ich auch, dass das nicht stimmt, dass nun jeder Psychoanalytiker auf dieses Buch reinfallen wird Ein guter Psychoanalytiker weiß nämlich, was daran stimmt und was nicht Aber es ist doch geradezu wie ein Lehrbuch geschrieben Nein, nein, ein falsches, es ist nicht wie ein Lehrbuch geschrieben Aber wo, entwicklungspsychologisch überhaupt Es stimmt hinten und vorne, nein, überhaupt nicht Nach der Kinderpsychoanalyse geschrieben Nein, im Gegenteil Augenblick, die Frage, ob es vom Standpunkt der Psychoanalyse ganz stimmt oder halbstimmt Ist angesichts der literarischen Miserabilität eine sekundäre Frage Ist keine wichtige Frage Freunde, genug über Manfred Bielers Roman Also Dürrenmatt hat uns ganz enttäuscht, Bieler hat uns enttäuscht Aber Peter Handke, Frau Läufer Wie schaut es denn aus mit unserem Peter Handke? Der hat ja ein großes Werk geschrieben Ich habe gezählt Das ist nur ein ganz, Sie werden jetzt Pferde referieren Ich habe nur eins gezählt 31 Maschinenseiten Manuskript Daraus wurden 80 gemacht Natürlich können 30 Seiten genial sein Wie lange ist die Genesis? Ha, lieber Freund, es können genial sein 30 Seiten Nur ich wollte nur sagen Der Surkamp-Villag hat das ganz schön präsentiert Es wird viel Geld, 28 Mark für die 30 Seiten verlangt Aber gut, sagen Sie mal, was steht in dem Buch drin? Ich hätte das gern gewusst Obwohl ich es gelesen habe, hätte ich gern von Ihnen gewusst Ja, Ihre Unvoreingenommenheit in Bezug auf Handke kennen wir ja Sie haben ja schon am Telefon gesagt, dass wir hier über den Fall Handke reden wollen Ich wüsste nicht, wieso er ein Fall ist Außerdem glaube ich nicht, dass man die Gewichtigkeit von Literatur an der Anzahl der Seiten ablesen kann So gesehen müsste ja wahrscheinlich der Herr Bieler ein unglaublich gewichtiges Buch sein Ich glaube aber, dass dieser Versuch über die Müdigkeit So heißt dieser Text Tatsächlich viel gewichtiger ist, als er zunächst mal aussieht Versuch über die Müdigkeit ist, glaube ich, eine Mischung aus Traktat Und philosophischem Dialog Und es geht genau über das, was er ankündigt Nämlich über die Müdigkeit Die Müdigkeit ist zunächst mal ja etwas in Verruf Das ist ein Zustand, der nicht so wahnsinnig wünschenswert ist Und der Handke denkt diesen Zustand der Müdigkeit um ins Positive Er sagt, das ist ein Zustand, der wünschenswert ist Wenn man auf richtige Art müde ist Und er gibt schöne Beispiele dafür Dann ist das ein Zustand, in dem man wahrer, wacher und klarer ist als sonst Wie glauben ihm das? Ich referiere Ich meine, es ist doch schwachsinnig Es ist doch schrecklich Die Müdigkeit kann doch nicht ein Zustand sein, wo man wacher ist als sonst Also das geht in meinen Kopf nicht rein Entschuldigung, haben Sie sich je mit Mystik beschäftigt? Vor der mystischen Erleuchtung muss die Auslöschung der Außenwelt in der Müdigkeit kommen Und dies ist ein, dies ist in gewisser Weise sicher ein mystisches Buch, das den Zustand beschreibt, vor dem man zu schreiben anfangen kann Also ich würde nicht so sagen, Müdigkeit ist das Was der Handke hier beschreibt, sind lauter Stunden der wahren Empfindung Und das sind tatsächlich mystische Erlebnisse Und zwar eine durchaus säkulare Mystik Nichts religiöses, Sie brauchen keine Angst haben Aber auch wenn er das Wort heilig hin und wieder verwendet, dann verwendet er das sicher in einem anderen Sinne Diese Literatur, ich sage es ehrlich, steht mir sehr nahe und ich habe diesen Text wirklich sehr geschätzt Ich halte ihn auch für sehr wichtig und sehr bedeutend Er ist frei von Klischees, er versucht den poetischen Zustand zu beschreiben Und er versucht ihn sich zu erschreiben Und dann zeigen Sie mir mal den Schriftsteller in diesem Herbst, der das noch kann Also ich möchte Folgendes sagen Ich möchte zunächst über das Heilige was sagen Ich glaube, der Text ist sehr, sehr religiös Er verklärt zum Beispiel Diese wunderbarste Stelle ist die Ermüdung nach der jugendlichen Arbeit beim Ernte einholen Es ist schon eine Verklärung des einfachen Lebens Ja, Herr Korosek, er selber sagt aber auch Bin ich jetzt nicht jemand, der verklärt Ja, gut, ich will nur sagen Mir steht der Text unendlich fern Trotzdem bewundere ich ihn sehr Das ist ein großer Text, der ganz weit von mir weg ist Aber man merkt, dass ein großer Schriftsteller am Werk ist Der seine Mittel sehr gut beherrscht Was ich dem Text vorwürfen würde, wären religiöse Dinge Ich will das gleich benennen Der Text neigt zur Selbstgerechtigkeit Dieser Katechismus, der abgefragt wird Ist manchmal so Mache ich jetzt wieder das alte Schema von Gut und Böse Nein, sagt Handke, das mache ich keinesfalls Darüber bin ich erhaben Also er hat so diese Selbstgewissheit des Dichters Die muss man ihm nicht übel nehmen Aber man kann sie verzeichnen Nur, es wäre völlig idiotisch Wollte man diesem Text die große Qualität absprechen Das ist ein wirklich großer Text Trotzdem erlaube ich mir zu sagen, dass er mir sehr fern ist Also ich muss gestehen, Herr Karasek Ihnen ist der Text fern und jetzt sind Sie mir sehr fern Nach dem, was Sie eben gesagt haben Ich meine, ich verstehe eins Sie haben vorher gesagt, er verklärt Nein, das war Karasek Bleibt es denn noch kitsch? Da hilft nur gar nichts, diese vorsichtige Bemerkung Aber warum darf man nicht verklären? Aber natürlich darf man Nur Sie fanden es wohl nicht sehr gut Haben gesagt, er selber gibt zu Nein, ich teile das nicht Ich teile nicht Ich teile nicht Handkes wahre Stunden der Empfindung Ich teile nicht Ich habe nicht dieselben Erlebnisse Mir ist der Text nicht nahe Bloß, er kann seine Erlebnisse ohne Lüge und Verstellung Und mit einer schriftstellerischen Genauigkeit artikulieren Die ich manch anderem Schriftsteller wünschen werde Es ist nicht meine Welt Aber diese Welt, die Handke beschreibt, ist in sich Besser kann man sie nicht beschreiben Glauben Sie denn nicht, dass es auch die Aufgabe eines Schriftstellers ist Eine Gegenwelt einmal zu postulieren Und eine Utopie zu versuchen zu erschreiben Es ist ein utopischer Text, wenn man so will Bei dem Wort Utopie werde ich etwas nervös Das ist kaputt gemacht worden Jetzt wird ein anderes Wort kaputt gemacht Noch ein halbes Jahr und ich werde das Wort Europa nicht mehr hören können So wird dieser Begriff kaputt Aber meine letzte Hoffnung ist Frau Obermüller Ich würde Ihnen soweit folgen Sie vorhin gesagt haben Es kann auch die Aufgabe des Dichters sein Eine Gegenwelt zu schaffen Würde ich sagen, ja Aber was mich stört an dieser Gegenwelt Ist, dass sie ungeheuer rückwärtsgewandt ist Diese positiven Beispiele von Müdigkeit, die er bringt Die sehr schön sind beim Dreschen Und die Müdigkeit der Zimmerleute Diese verbindende, gemeinschaftsstiftende Müdigkeit Nicht die andere, die ihn von den anderen trennt Das ist alles gewesen Und es hat für mich etwas ungeheuer Also fast bis ins Politische hinein Reaktionäre dieser Texte Darf ich nur einen winzigen Einwand Ich gebe zu, dass das für mich die misslungenste Stelle des Buchs ist Er versucht das nachher in New York In einem Alltag, in einer Großstadt sozusagen Wieder zu gewinnen Um diesen Eindruck zu zerstören Dass das Landvolk bei ehrlicher Arbeit Und bei ehrlicher Müdigkeit Das bleibt ja nicht übrig Er versucht eine Müdigkeit als Student zu beschreiben Die ihn von anderen isoliert Und erst mal sehr einsam gemacht hat Aber auch sehr elitär Er erinnert sich auch sehr viel darauf ein Aber ein Schriftsteller, der bekennt Dass Schriftstellerei etwas Elitäres ist Mag rückwärtsgewandt sein Aber er muss statthaft sein Also ich glaube, ich sehe Überhaupt nichts Rückwärtsgewandtes darin Und schon überhaupt nichts Reaktionäres Der Handke ist das Gegenteil von reaktionär In einer Zeit, wo die Ideologien überhaupt nicht mehr halten Versucht er vollkommen ideologiefrei Die Zukunft offen zu halten Und ich halte ihn überhaupt nicht für reaktionär Also ob er nun rückwärtsgewandt ist Oder ob er die Zukunft offen halten will Sind ja zwei verschiedene Möglichkeiten Mir behagen beide nicht Denn ich glaube, wir haben es mit einem Text zu tun In dem doch vor allem Reflexionen enthalten sind Ach das stimmt doch gar nicht Das sind doch wunderbare Beschreibungen drin Verzeihung Er denkt nach über die Müdigkeit Und formuliert vor allem Reflexionen Das ist ja doch kein Vorwurf Man darf doch Reflexionen formulieren Ich habe doch nicht gesagt, das ist mal schlecht Gar nicht schlecht Es sind Reflexionen Ich stelle mir die Frage Die ich euren Antworten bisher noch nicht entnehmen konnte Und dem Buch erst recht nicht Wozu soll man gerade über die Müdigkeit so viel nachdenken? Warum nicht? Nein, halt Warum nicht? Es ist, der Autor muss beweisen Dass das von ihm gewählte Thema von Interesse ist Nicht ich Also er bin, es gibt eine Es gibt eine fast Thomas Bernhardsche Stelle in dem Buch Es gibt eine Stelle, wo Wir sollen die Namen großer Schriftsteller nicht unnütz im Munde führen Wir wollen doch nicht Wir wollen doch nicht Wir wollen doch nicht Wir wollen doch nicht Wenn von Hand geäfft den großen Thomas Bernhards Aber da ist es nun wirklich Für mich Für mich Gibt es diese Stelle über Österreich Wo er anführt Wie die nicht müde, sondern überwach und nervös sind Unermüdlich und putzmunter So Das sind Sie auch gemeint So Damit ist also folgendes Damit ist schon gemeint Dass die Müdigkeit eine erstrebenswerte Ich meine, das im Fernsehen zu sagen ist grotesk Aber das ist ein erstrebenswerter Zustand Ja, also davon muss man noch Ich meine, vielleicht schaffen wir eine Müdigkeit Aber die ist nicht die gewünschte Also mir wird kein Ich will nur Frau Obermüller unterstützen in einem Punkt Ich glaube Entschuldigung, ich bewundere das Buch sehr Aber genauso wie ich weiß Dass Gottfried Benn ein furchtbarer Reaktionär war So bin ich auch der Überzeugung Dass dies ein furchtbar reaktionäres Rückwärtsgewandtes Buch ist Trotzdem würde ich dem Buch meinen höchsten Respekt zollen Aber ich glaube, dass das nichts von Zukunft hat Aber Vorschlag, lassen wir die Kategorie Reaktionär weg Die Kategorie hilft uns nicht weiter Wir alle wissen, es gibt Ich wollte mich Ihnen nähern und jetzt gilt es Nein, nein, es gibt viele reaktionäre Werke, die bedeutend sind Und es gibt leider unendlich viele fortschrittliche Werke, die abscheuert sind Also darüber sind wir uns doch im Klaren Es sind doch aber Reflexionen über die Müdigkeit Und ich erlaube mir die schlichte Frage, wohin sie führen Da wird an einer Stelle gesagt, dass die Produktivität des Menschen Besonders groß ist, wenn er müde ist Ja, das ist doch Blödsinn Nein Thomas Mann hat einmal sehr richtig geschrieben Er kann nur schreiben, wenn er gut ausgeschlafen ist Das ist die Vorausbedingung Und nicht mit der mystischen Müdigkeit kommen Sie mir Die er hier darlegt Ich finde es auch sprachlich Sind einige hübsche Stellen Aber das ist gar nicht sprachlich überwältigend Nein Es passiert einem bisweilen Jetzt muss ich doch den Handkind Schutz nehmen Das geht gar nicht anders Diese Müdigkeit, die er anstrebt Ist ja gerade ein Zustand, der dieses dauernde Reflektieren überwindet Und man könnte statt Müdigkeit ja vom Schluss her den Begriff der Anschauung Das ist ja dieses, was Sie als Mystik bezeichnen Das ist das reine Schauen Und die Welt ihm nur noch über das Schauen wahrnehmen, nicht mehr über die Reflexion Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass er versucht, in diesem Traktat über die Reflexion hinaus zu diesem Zustand zu kommen Ob Sie diesem Zustand etwas abgewinnen können oder nicht Das ist ja nicht manches ein Problem Ich verstehe genau absolut, was Sie meinen Ich glaube, Sie haben völlig recht Er versucht, die Welt durch das Schauen zu rezipieren Und deshalb ist dieses Buch im tiefsten a-intellektuell Das ist erlaubt, aber ich mag es nicht Gut Ich wollte nur noch zu Ihrem Thomas Mann was sagen Meine? Ja, gut, gut Ich nehme ihn gern, herzlichen Dank Zu Ihrem Thomas Mann was sagen So, wo es mag Schriftsteller geben, die nur im Zustand der nervösesten Erregung schreiben können Es mag Schriftsteller geben, die nur im Zustand höchster Wachsamkeit, wenn ihre Nerven blank liegen, schreiben können Es mag aber auch einen Schriftsteller geben, der sich wünscht Alle Welt fällt durch Müdigkeit von ihm ab Und was dann übrig bleibt, möchte er beschreiben Und das versucht Handke zu schildern Ich will nicht sagen, ich muss das Wort gebrauchen, dass diese Utopie ihm gelingt Aber es ist doch einen Versuch wert Und es ist ein anständig, angestrengt, nachdenkendes Traktat Über einen solchen Zustand, den er sich für das Schreiben wünscht Was können wir dagegen sagen? Wir können doch nicht sagen, aber Thomas Mann wollte immer munter sein Nein, nein, wir sagen nur eins dagegen Wir stellen die Frage, ob das nicht vielleicht Herr Karasek ermüdende Prosa ist Nein, das Gegenteil ist wahr Überhaupt das Wort anti-intellektuell, das Sie ihm da gerade noch so zwischen die Beine geworfen haben Das kann man doch auch nicht so liegen lassen Anti-intellektuell, was meinen Sie damit? Ist dann der Goethe auch anti-intellektuell, weil der Schiller intellektuell ist? Lieber, der Goethe hat ein Drama und nicht das Schlechteste über einen Intellektuellen geschrieben Sogar ein Drama in zwei Teilen Es gibt keinen größeren Intellektuellen als den Faust, gibt es in der Deutschland Ich versuche mich Ihnen anzunähern Das ist ein anti-intellektuelles Buch, das ist es wahrlich Nein, das kann man überhaupt nicht Natürlich, ich habe doch recht Also jetzt endlich Tantarbeiter, die da in dieser seligen Müdigkeit der Zimmerleute Also hören Sie Also hören Sie Ein Mensch, der sich philosophisch versucht hat, dem Thema Anschauung anzunähern, dem Anti-Intellektualität vorzuwerfen, ist aber schon ein starkes Stück Ja, ja Also ich glaube, wir werden uns in Sachen Peter Handke nicht einigen Das ist ja immerhin erfreulich, denn Manfred Bieler und Dürrenmatt haben wir uns schon sehr geeinigt Wenigstens bei den 23 Maschinenseiten von Handke Das ist ein großes Buch Ja, 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 ein großes Buch Und ich werde Sie in einem Jahr fragen, wie war das eigentlich betitelt, das Büchlein über von Handke Wenn Sie sich nicht mehr an den Titel erinnern können Dann habe ich Alzheimer, wenn das der Fall ist Gott beschützt Sie davor Also, wir haben ja noch einen bedeutenden Autor, der gerade was Neues produziert hat Botho Strauß, der Büchnerpreisträger, der sich weigert, die Dankrede für den Büchnerpreis selber vorzutragen Die wird in der Feier von seinem Verleger vorgetragen werden Er nimmt den Preis, aber er will nicht kommen Naja, schön, er hat ein neues Buch veröffentlicht Nicht in seinem Verlag, wo sonst seine Bücher erscheinen Zwei gleich, eins im Hansa Verlag und das etwas größere im Das nicht-Essayistische, das Erzählende im Mathes- und Seitz Verlag Ja, ja, wir hatten das gelesen Ich habe es versucht Sie haben es versucht Aber nicht bis zu Ende Nicht bis zu Ende, interessant Ich habe dann dank einer Besprechung in der FAZ vom Weinzierl Es gibt ein wunderbares Wort von Kerr Ich kann es nur sinngemäß zitieren Manche Stücke lohnen sich nur deshalb, weil ich eine Kritik darüber geschrieben habe Dieser Botho Strauß lohnt sich eigentlich nur wegen der Weinzierl-Besprechung Das ist, damals hat er ein großes Stück Literatur hervorgebracht damit Ich habe aber dank Weinzierl, weil in jedem von uns steckt ein kleiner Bieler Habe ich natürlich auf einmal gedacht, du musst den zweiten Teil auch lesen Da sind die Stellen Und die sind natürlich besonders fatal und verdrückt und schrecklich Es ist wirklich der Versuch, als ob Rilke einen pornografischen Roman hätte schreiben wollen Und es kommt dabei raus Es kommt etwas unheimlich Gestelztes Ich weiß nicht, ob Pornografie gestellt sein kann Wahrscheinlich Doch, aber ja Es kommt etwas unheimlich Gestelztes, Geschwollenes Ja, lauter obszöne Wörter Also ich höre auf Naja, gut Aber das Problem ist doch, ich glaube, wir sind uns hier, ist hier eine andere Ansicht hinsichtlich des kleinen Büchleins von Also den darf man wirklich mit Handke nicht in einem Atem Nein, 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 tun wir nicht, um Gottes Willen, zwei solche Heroen und sie auf einmal Nein, nein, die tun wir nicht zusammen nennen Aber ich muss Ihnen antworten im Zusammenhang mit Strauß Sie sagten vorher, ich hätte am Telefon gesagt etwas über Wir wollen den Fall Peter Handke behandeln Und da wehren Sie sich dagegen Ich werde hier nicht zitieren, was Sie mir am Telefon gesagt haben Liebe, was Sie mir über dieses Buch von Handke gesagt haben, werde ich nicht zitieren Dazu bin ich, nein, 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 dazu bringe ich, bringen Sie mich nicht Tun Sie es doch Nein, 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 nein Jetzt wird das sehr gehalten Provozieren Sie mich nicht Wollen Sie es wissen Ja Sie haben mir gesagt Sie hätten Sie haben mir gesagt Sie hätten nur die Hälfte des Büchleins gelesen Das habe ich im Bode Strauß gesagt Über die Müdigkeit Da ist keine Müdigkeit bei Strauß Sei ansteckend Wirke ansteckend Lassen wir mal Aber ich habe gesagt, der Fall Handke Ich meinte damit überhaupt nichts Negatives Ein Artikel, den ich glaube ich für relativ gut in meiner langen Laufbahn halte War in der Zeit vor knapp 30 Jahren publiziert Der Fall Wolfgang Köppen Ich, für mich ist jeder Schriftsteller Ein Fall Hat etwas zu tun wie ein Gericht Kasus 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 Belli Nein, um Gottes Willen Im Gegenteil Ich trete ja oft als Verteidiger auf Nicht als Ankläger Ich bin es ja viel interessanter Einen Schriftsteller zu verteidigen Als ihn anzuklagen Meist schreiben die so schlechte Bücher Dass die Anklage eine Kleinigkeit ist Das ist doch das Problem Boto Strauß Also ist da ein völliger Eindruck Jetzt bin ich neugierig auf Ihre Verteidigung Von wem? Boto Strauß Ich denke nicht daran Wie komme ich dazu? Nein Ich bin völlig einverstanden Dass die Weinzierlsche Kritik besser ist als das Büchlein Mich interessiert nur ein Fall Eine Sache interessiert mich sehr Ich finde dieses neue schauderhafte läppische Büchlein von Boto Strauß Überhaupt keine Überraschung Für mich war das eine ganz klare Entwicklung eines Schriftstellers Der mal einige wichtige Stücke geschrieben hat Und eine sehr schöne Erzählung betitelte Die Widmung Darf ich Sie da noch an Ihre eigene Kritik erinnern? Sie haben damals geschrieben Dass das der Autor ist Von dem wir den großen Roman der Generation erwarten Stopp! Das ist nun mal wieder falsch Sie zitieren falsch Und in der Zeit hat mich ein junger Mann Dessen Namen ich mich nicht erinnern kann Geschrieben Ich hätte von ihm den Roman unserer Generation erwartet Nein, verlangt Kilp heißt der junge Mann Kilp Andreas Kilp Kilp Aha, so gut Also ich hätte von ihm den Roman unserer Generation gefordert Nicht unserer Das ist blödsinn Seiner Seiner Ich habe noch nie von einem Autor einen Roman gefordert Denn ich weiß, es kann passieren, dass er ihn schreibt Erwarten Also ich habe nur eine vage Vermutung nach dem Buch Die Widmung zu äußern mich erkühlt Nämlich, ich habe geschrieben Vielleicht wird, nicht eine Erwartung Vielleicht wird von ihm der Roman dieser Generation kommen Daraufhin hat mir Reinhard Baumgart im Spiegel, glaube ich, geantwortet Haha, der wird nie im Leben einen Roman schreiben Oh, hätte er recht gehabt, dieser Baumgart Der hat leider einen schrecklichen Roman Rumor geschrieben Und dann einen, der junge Mann Das ist nun wirklich der Aber das findet nur Herr Kilp, ist nun wirklich der Roman seiner Generation Aber Herr Kilp kann doch für seine Generation besser sprechen als wir Das weiß ich nicht Wenn er nichts von Literatur versteht, kann er für gar keine Generation sprechen So ist das nicht Aber wir machen es uns jetzt doch Also ich denke, wir haben einen ähnlichen Fall wie Dürrnmatt Man muss doch fragen Sie haben das doch auch ganz gönnerhaft gesagt Der hat eine ganz gute Erzählung geschrieben Die Widmung Ich finde es eine sehr gute Erzählung Und er hat ein paar Theaterstücke geschrieben Die sich zumindest interessant aufführen lassen Was ist also passiert, dass ein Autor Der zuletzt wieder als erfolgreichster Dramatiker Deutschsprachiger Dramatiker des Jahres Ruh Oh, lieber Gott Gefeiert wurde Was ist passiert, wenn der ein solch läppisches Buch vorliegt Und warum Haben Sie eine Antwort daran? Nein Ja, ich habe schon eine Bitte Der Bodo Strauß ist im Grunde, und das merkt man auch in seinen Stücken Er ist eigentlich ein verschwimmelter Mystagoge Und manchmal hat er auch ein bisschen so ein Zeitgeist-Tempo drauf Und der Zeitgeist kommt eher in den Stücken heraus Und der verschwimmelte Mystagoge eher in der Prosa Frau Löffler, ich glaube, dass Sie recht haben Aber was hätten Sie jetzt getan, wenn jemand ähnlich über Handke geurteilt hätte Genau das habe ich mir gedacht Genau das Ich frage nur mal Der Fairness halber Denn die Stücke sind doch nicht mit dem Sind die damit wirklich abzutun? Mit dem Zeitgeist allein Er ist doch schon ein sehr flacher Boulevardier Naja, also Wir wollen jetzt nicht die Diskussion über die Dramatik von Bodo Strauß hier beginnen Ich glaube, das wurde zu weit Ich wollte das nur einwerfen Ja, weil wir vernichten hier ein Buch nach dem anderen Ich frage die nicht Bücher, aber nicht Autoren Die Sache ist wohl klar Wir können immer wieder diese Frage nicht beantworten Warum gehen Autoren heutzutage Und jetzt hatten wir es mit berühmten Autoren zu tun Wie Dürrenmatt etwa, auch Bodo Strauß So kaputt, so schlecht werden die Bei Dürrenmatt gibt es einen Satz Das Alter ist ein Schiffbruch, nicht? Das ist ein berühmter Satz Aber er ist noch nicht 70 Da hat noch gar mancher gute Bücher geschrieben Ein bisschen übertrieben Nein, es ist nicht so Und Taler hat überhaupt erst angefangen Ja, ein bisschen früher hat er angefangen Macht nicht Zurück zu diesen Autoren Das ist doch nicht das Problem Das Problem ist, die jungen Autoren Die debütieren mit einem guten Buch Und nach dem ersten guten Buch kommt nur noch Mist Das gibt es doch immer wieder Wir schämen, wir loben das erste Buch Wie oft habe ich das getan Und dann schäme ich mich Wenn das zweite Buch kommt, das dritte Ich sage kein Wort zu den nächsten Büchern Weil die so schlecht sind Ich weiß Denken Sie an Thorsten Becker jetzt? Ja, bitte? Ja, ja Sie denken an Thorsten Becker Aber unter anderem, ja, an Thorsten Becker Klar, das erste Buch schien mir sehr beachtlich Ja, mit Recht Und das zweite war nicht gut Ja Dann hat er wieder nicht den Roman seiner Generation geschrieben Nein, den Roman der Generation brauchen wir gar nicht Wir wollen ja nicht von den Autoren gleich so Ich sage, das ist doch Unsinn Der eine Boto Strauß, wo ich gesagt habe Vielleicht wird er den Roman dieser Generation schreiben Ich habe mich geirrt Nicht zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, liebe Frau Löffler Das besteht ja, darin besteht ja zum Teil meine Kritik Ich habe den Mut zum Irrtum Muss man auch haben Es gibt ja Kritiker, die mich nie irren Weil die nie Ja oder Nein Immer so vorsichtig sich äußern Aber ich meine Aber Sie können uns nicht meinen Nein, um Gottes Willen Ich meine nie die Anwesenden Der Fall Boto Strauß Wir werden ihn nicht klären Aber die Formulierung mit der Zweigleisigkeit Leuchtete mir ein Die er seine Stücke trägt oder getragen hat Als seine erzählende Prosa Vielleicht ist das das Geheimnis Aber vielleicht wenden wir uns mal großer Literatur zu Nabokov Ich glaube, da lohnt es sich wahrlich darüber zu sprechen Wladimir Nabokov Der viele Jahre Russisch geschrieben hat Und ein Russe natürlich Und der während des Zweiten Weltkriegs In einem, wie er selber sagte Etwas jämmerlichen Englisch zu schreiben begann Alle Kenner der englischen Sprache und Literatur Sagen, er ist einer der größten englischen Stilisten des Jahrhunderts Überhaupt Er konnte Englisch von früher Kindheit an Das ist eigentlich seine Muttersprache ebenso wie Russisch Bei uns ist er vor allem berühmt durch die Lolita Und nun erscheint glücklicherweise im Rowult Verlag Eine drei, ich glaube schon 24-bändige Ausgabe seiner Werke Drei Bände liegen vor Zwei mit allen Erzählungen Aus dem russischen oder englischen übersetzt Und die Lolita in der alten, jedoch stark überarbeiteten Übersetzung Vielleicht darf ich noch, bevor ich Sie bitten werde Ganz kurz sagen, was eigentlich Nabokov ist als Erzähler Das ist sehr schwer zu sagen Weil es ein hochmoderner Erzähler ist In dem viele traditionelle Elemente gleichwohl vorhanden sind Nabokovs Thema hat er selber mal geschildert Als Ausgangspunkt der Lolita Er habe mal gelesen, behauptet Nabokov Er wird es erfunden haben, Schriftsteller lügen oft Er hat mal gelesen in einer Zeitung Ein Affe sei im Zoo dazu gebracht worden, ein Bild zu zeichnen Und gemalt hat der Affe immer nur die Gitter Die er um sich herum im Käfig sah Das ist das Motiv aller Bücher Eigentlich aller Erzählungen von Nabokov Er zeigt den Menschen im Käfig Im Käfig seiner Obsessionen Seiner Leiden Seiner Komplexe Alle seine Erzählungen Sind Studien des Wahns Der Dämonie Alle seine Helden sind besessen Von der Liebe, von der Sehnsucht nach der Heimat Vom Ehrgeiz, vom maßlosen Ehrgeiz Vom Spieltrieb besessen Schachspiel beispielsweise Alle diese Menschen leiden unglaublich Alle diese Erzählungen gehen schlecht aus Im Grunde genommen ist das populärste Buch, glaube ich, das er geschrieben hat Vielleicht auch das bedeutendste Lolita enthält das Grundmuster aller seiner Erzählungen und Romane Ich will nur jetzt den einen Satz noch sagen Dass mich die Erzählungen hintereinander gelesen Die frühen sind der Vollständigkeit halber Und vor allem für die Nabokov-Kenner berücksichtigt worden Zurecht berücksichtigt worden Einen enormen Eindruck auf mich gemacht haben Diese Erzählungen Weil sie eine Vollendung des schriftstellerischen Handwerks Mit einer thematischen Obsession verbinden Und trotz der sich wiederholenden Obsessionsstudien Niemals die Erzählung selber sich wiederholen Ich wollte ganz gern Da wir endlich etwas haben Worüber man so positiv sprechen kann Zunächst mal sagen Es gibt einen Ich habe an Lolita erst mal gemerkt Es gibt einen Fortschritt Als das Buch zuerst erschien Galt es als so obszön Dass es nur in Olympiapress In dieser grünen Ausgabe in Paris Man kann das in dieser wunderbaren Ausgabe von Zimmer Jetzt nochmal nachlesen Und nach Amerika nur geschmuggelt werden konnte Und dann sofort vom Zoll beschlagnahmt Weil es ein sogenanntes schweinisches Buch war Das zweite ist, was sie mit dieser Obsession sagen Diese Obsession wird gleichzeitig erträglich Weil er, und jetzt möchte ich mit Ihnen kein Streit anfangen Weil er über noch in einem viel größeren Maße Als etwa Thomas Mann über Ironie verfügt Über eine stilistische Über ein Mittel stilistischer Distanz Und Bildung und ironischen Spiel Der all das erträglich macht Aber ich wollte eigentlich von was anderem reden Und sagen, das ist deshalb auch das Ereignis Des Buchherbstes, weil es eine mustergültige Edition ist Ich habe eine so schöne Ausgabe Lange nicht in der Hand gehabt Ich will das nur am Beispiel Lolita erläutern Natürlich war die Lolita schon sehr gut übersetzt Es gibt diese berühmte Übersetzung An der auch Ledig mitgearbeitet hat Die Carlsen und so weiter und so fort Und jetzt hat Zimmer folgenden klugen Gedanken gehabt Nabokov selbst hat das Buch eines Tages ins Russische übersetzt Übrigens hat er da genauso bescheiden Wie über sein Englisch Er hat gedacht, im Russischen wird die Erlösung kommen Hat dann aber gemerkt, schreibt Er kann die Sprache auch nicht handhaben Aber für die deutsche Übersetzung Ist dieses Wort-für-Wort-Vergleich Den Zimmer hat veranstalten lassen Deshalb so wichtig Weil man in Zweifelsfällen Wo man bei der englischen Übersetzung Bei diesem vielschichtigen Schriftsteller Nicht weiß, was gemeint ist Auf einmal durch die russische Übersetzung Gleichzeitig eine Interpretation bekommt Also das ist nur ein Beispiel Ich will da nicht zu viel reden Man könnte von den Anmerkungen schwärmen Es ist einfach eine Edition Die man sich von jedem Schriftsteller wünscht Und man ist einfach dankbar Dass ein Buch mit dieser Sorgfalt Mit dieser Liebe Mit dieser Akribie gemacht worden ist Erlauben Sie Die kommen gleich dran Aber erlauben Sie, dass ich nur sage Der Anstand erfordert es Herausgegeben wurde Diese Ausgabe von Dieter E. Zimmer Übersetzt sind beinahe alle Erzählungen Von Dieter E. Zimmer Er hat nämlich die aus dem Englischen übersetzt Und die russisch geschriebenen Meist aus der englischen Übertragung Aus zweiter Hand Könnte man meinen Trifft gar nicht zu Denn Nabokov hat sie selber Aus dem russischen ins englische übersetzt Und bei Gelegenheit ein ganz klein wenig korrigiert Die englischen Fassungen können als Originale gelten Es ist richtig Das Zimmer sie selber aus dem englischen übersetzt hat Und das ist ein großes Glück Glück für Nabokov Und für die deutschen Leser Dass es Dieter E. Zimmer gibt Der seit 25 Jahren leidenschaftlich Besessen wie ein Nabokov-Held Die Nabokov-Literatur in Deutschland pflegt Übersetzt, herausgibt, bibliografiert und so weiter Bitte Ja, mir ist eigentlich noch etwas anderes Bei dieser hintereinander Lektüre der Erzählungen Was man vielleicht normalerweise nicht tun würde Wenn man jetzt nicht so seine Hausaufgaben hätte machen müssen Für heute aufgegangen Warum diese Figuren Und seltsamerweise sind es fast ausschließlich Männer Ich glaube, ich habe nur eine Frau gefunden Die ähnlich gelagert ist Es sind fast immer Männer Warum die hinter diesen Gitterstäben des Wahns Wie Sie gesagt haben Sich befinden Warum sie so besessen sind Warum sie diese Obsessionen haben Nämlich weil sie allesamt Wie Nabokov selbst ja auch Vertriebene sind Heimatlose Die weder äußerlich in der Welt Noch zu Hause sind Noch in sich selbst zu Hause sind Und in der Lolita steht ja dann Dieser Satz vom Vakuum in der Seele Und ich glaube, die haben allesamt Dieses Vakuum Oder wie ein großes schwarzes Loch in ihrer Seele Und das versuchen sie Mit irgendetwas zu füllen Mit Liebe Mit Schmetterlingen sammeln Mit ich weiß nicht was Schachspielen Oder irgendetwas Und hier muss man eins hinzufügen Nabokov hat ja bei jeder Gelegenheit gesagt Dass er von gesellschaftskritischer Literatur Gar nichts halte Balzac Analfabet Thomas Mann Nichtskönner Josef Konrad Miserabel Seine Bücher sind aber gesellschaftskritisch Weil sie Menschen in einer ganz bestimmten Gesellschaftlichen und historischen Situation zeigen Es sind oft Flüchtlinge, Immigranten aus Russland Es sind eben gesellschaftskritische Bücher Vorher sagten sie Thomas Mann Ironie noch stärker Wollen wir vielleicht den Thomas aus dem Spiel lassen Er in die Nähe von Prust vielleicht rücken Was meinen sie? Ich glaube, dass die Detailkunst Doch etwas Prustisches hat bei ihnen Noch etwas anderes Er beschreibt ja auch Das ist auch so ein Fast ein Leitmotiv Und die eine Geschichte heisst ja Das Entsetzen Das Entsetzen darüber Das ist zwar banal Aber man kann trotzdem darüber erschrecken Dass wir sterblich sind Und deswegen kommt ja die Erinnerung Nicht nur aus der Sehnsucht Nach dem verlorenen Russland Sondern die Erinnerung ist ja gleichzeitig bei ihm Immer ein Mittel Gegen die Sterblichkeit Gegen die Vergänglichkeit Etwas festhalten Etwas bannen Das Schicksal hintergehen Sagt er einmal Und insofern gehört er auch in die Nähe von Prust Nicht nur wegen dieser Detailträume Ich möchte einen anderen Namen Doch noch in die Debatte werfen Nämlich Kafka Es gibt von Nabokov Die schönste Kafka-Interpretation Die ich überhaupt kenne Nämlich die Verwandlung von Nabokov Interpretiert Und das ist eine Selbstinterpretation Auch Und insofern ist er natürlich auch Ein gesellschaftskritischer Dichter Aber ich denke Wir sollten Wenn wir so Flüchtling Und Vertriebener sagen Und jetzt bin ich wieder bei der Ironie In den Luxus vertrieben Es ist Wie er 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 nicht Seine Helden Seine Helden Sie vor allem gegen die russischen Erzählungen hält Die für mich Die für mich neu sind Und wer man selber ist Und insofern sind die Erzählungen Erzählungen relativ kunstlos Weil sie das ziemlich direkt rüberbringen Sie sind da nicht so raffiniert Verspiegelt Wie er dann Lolita schon ist Aber eigentlich kann man auch die Lolita Auch als seine Emigrantengeschichte lesen Das ist mir zuerst mal dabei aufgefallen Und da sind wir bei Bieler Eine richtige Kindheitsgeschichte Eine Kindheit Die wirklich ein Ein Urerlebnis in der Kindheit Das eingelöst wird Und in einem Höllischen Gelächter eingelöst wird Sozusagen Diese Kindheit Die Die er wiederholen will Diesen Interruptus in der Kindheit Wenn man so sagen will Der endet in einer grässlichen Enttäuschung Und Desillusionierung Es ist also ein großer Hohn Auf eine Und da sieht man erst Wie weit Kindheitsliteratur Über Ich habe noch ein paar Erzählungen Die man dazu Als Beispiele Diese Geschichte von diesem Peter Den niemand mag Und die Duellgeschichte Dieses Leiden des Kindes Das Angst davor hat Dass der Vater sich duellieren wird Das sind Kindergeschichte Kindergeschichte Nun wollen wir uns aber dahingehend wohl einigen Dass die Emigranten hier Ob dies Nabokov beabsichtigt hat Oder nicht Stellvertretend da sind Für die Situation des Menschen In unserer Epoche Das Es geht ja hier nicht Um irgendwelche Milieuschilderung Von russischen Emigranten Die in Berlin oder in Frankreich leben Ach nein, ich denke, dass der Emigrant Ja überhaupt eine der Leitfiguren Der modernen Literatur ist Ich glaube ja überhaupt Dass die Emigrantenliteratur Heutzutage die interessanteste ist Da gehört der Nabokov genauso dazu Wie Milan Kundera beispielsweise Oder der V.S. Napol Das sind alles Emigranten Leute, die zum Teil auch aus der eigenen Sprache Vertrieben worden sind Wie Nabokov Andere haben ihre Sprache beibehalten Aber diese Wurzellosigkeit Und dieses Gefühl Der Unzugehörigkeit Und der Identitätslosigkeit Ist schon eine Grundbefindlichkeit Gerade in den besten Büchern Eine Sache ist doch merkwürdig Man hat diese Lolita Immer wieder verstanden Als die große Liebesgeschichte In unserer Epoche Eine Liebe Die von der Gesellschaft Nicht geduldet Nicht anerkannt wird Geheim gehalten werden muss Und man hat es zurückgeführt Auf die Geschichten Die vorangegangen sind Hero und Leander Tristan und Isolde Und so weiter Dabei scheint mir Ein fundamentales Missverständnis zu sein Das ist keine Liebesgeschichte Es ist eine Geschichte Von der Liebe Hier liebt doch nur einer Tristan liebt und Isolde Hero und Leander Romeo und Julia Hier liebt nur Hamburg Sie liebt doch überhaupt nicht Die Lolita Das ist ja das Merkwürdige An der Geschichte Er liebt wie irrsinnig Das zwölfjährige Mädchen Das Mädchen ist abgebrüht Hat schon allerlei Geschlechtsverkehr Mit College-Studenten gehabt Kennt das alles Ist an allem nicht interessiert Erpresst ihn oft genug Es ist die einseitige Liebe Und in diesem Sinne Ist es wiederum Wie ich vorher sagte Eine Studie der Dämonie Der Dämonie und der Obsession Es ist übrigens eine Obsession Für die er sich ja permanent Selbst verurteilt Er geht mit sich Glaube ich Härter ins Gericht Als die Gesellschaft Es je tun könnte Das halte ich übrigens für Ironie Ich halte diese Selbstverurteilungen Für die ironischen Wendungen Die er damals in 50er Jahren Wählen wollte und musste Und ich glaube Das ist ja interessant Der Film ist ja Von einem der größten Filmemacher Von Kubrick verfilmt worden Das Buch Und ein schlechter Film Und ich habe Kubrick selber gefragt Und er hat gesagt Er hatte nicht kapiert Und jetzt sind wir bei dem Was Reich-Ranitzky sich wünscht Es ist ein Buch Das in der Sprache lebt Und nur in der Sprache Sobald man die Sprache In Bilder übersetzt Geht sie kaputt Und ich meine auch Diese Schuld Ist eine Schuldrhetorik Richtig in dem Buch Würden Sie das aber auch noch Aufrechterhalten Im Zusammenhang mit der Erzählung Mit dem Zauberer Ich muss Ihnen gestehen Ich habe die im Moment Nicht gegenwärtig Ich müsste jetzt schwindeln Ich kann es nicht sagen Der Zauberer ist In Zweifel eine Vorform Der Lolita Ja, aber eine sehr interessante Sehr interessante Er hat es ja verworfen Der Nabokov Und zu Unrecht verworfen Er glaubte Das sei ein Abfallprodukt Das ist kein Abfallprodukt Und es scheint mir Eigentlich die erste Fassung Einer Besessenheit Aber doch auch Durch ein Mädchen Kleines Kind Also die Ähnlichkeit Ist enorm Aber der Unterschied Scheint mir ganz wesentlich Zu sein Nämlich der Dass die Obsession Da noch stärker Im Vordergrund Zum Ausdruck kommt Als auch als Leiden Also als etwas Dem man ausgeliefert sind Er kann nicht anders Er muss das tun Und das Mädchen Ist im Gegensatz zu Lolita Absolut Objekt Die tut nichts dazu Die ist nicht abgebrüht Die verführt nicht Die lockt nicht Die tut nichts Die ist einfach da Und dass er das später Nicht mehr aufrechterhalten hat Sondern sich ein Mädchen Ausdenkt Das lockt Und das ihn verführt Das ist ja auch Eine Entlastung Von dieser Schuld Plötzlich ist der Mann Exkulpiert Die hat mich ja verführt Das scheint mir sehr typisch Nicht aus Weil ich mich da nicht So auskenne Sondern aus einem anderen Grund Möchte ich nochmal Auf die Sprache zurück Und ich möchte fragen Wir sprechen immer so Das geht um Obsessionen Und um größte Betroffenheit Und trotzdem In der scheinbar Spielerischsten Artifiziellsten Kunstvollsten Anspielungsreichsten Literatur Zitierendsten Und kritische Sprache Das ist doch ein seltsames Miteinander Man würde doch denken Ein Roman wie Lolita Müsste hervor Gerülpst werden Wie Dostoyevsky fast Nein Er wird sehr kunstvoll Er wird wie eine Er wird als höchstes Höchst artifizielles Gebilde Ja Anderes gibt es ja Bei Nabokov nicht Alle seine Erzählungen Eines Aber das ist doch Eine schöne Spannung Zwischen dieser Betroffenheit Und diesem Käfig-Dasein Die Distanz Und auf der anderen Seite Dieser artifizielle Künstler Dieser hochgebildete Literat Sie sagen Dass die Distanz Durch hervorragende Ironie Erreicht wird Mir will es scheinen Dass die Distanz In der Tat erreicht wird Aber durch die ungeheure Kunstfertigkeit von Nabokov Das ist der eigentliche Grund Indes Freuen wir uns Dass wir so etwas Deutsch haben Jetzt Den Nabokov Drei Bände Hoffentlich wird der Rowold Verlag Wort halten Und nacheinander Die weiteren Bände 24 Bände Wenn ich weiß Na drei, vier Bände Jährlich sollen kommen In 24 Jahren sprechen wir dafür Nein, 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 nein Es soll ja bis 95 Alles da sein So schlimm ist es nicht Aber Liebe Frau Löffler Eine ganz andere Frage Ich habe gehört Dass in Ihrer neuesten Nummer Vom Profil Ein sehr interessantes Interview ist Das ich noch nicht gelesen habe Schlimm, aber wahr Mit Hildespiel Wir haben von Hildespiel Jetzt ein autobiografisches Buch bekommen Die hellen und die finsteren Zeiten Was meinen Sie zu dieser Frage Sie haben gewiss Hildespiel Wichtige Einsichten abgewonnen im Interview Ja, ich habe dieses Buch Die hellen und die finsteren Zeiten Weil es mich etwas enttäuscht hat Und gewisse Fragen nicht eingelöst hat Deswegen habe ich dann mit der Hildespiel Darüber geredet Weil ich mir gedacht habe Es ist fair, dass man sie selber fragt Warum sie gewisse Dinge nicht geschrieben hat Man sollte es vielleicht nur kurz rekapitulieren Für die Leser, die das Buch nicht kennen Hildespiel, die FAZ-Korrespondentin Lange Zeit in Wien Und Schriftstellerin und Essayistin Schreibt den ersten Teil ihrer Memoiren Also ihre Jugendzeit Ihre Emigration nach England Bis zum Jahr 46 Da bricht der erste Teil ab Der zweite wird uns versprochen Die Hildespiel hat sehr jung Jung begonnen zu schreiben Hat auch sehr jung Erfolg gehabt Eigentlich parallel zu ihrem Freund, Feind Und Todfeind, Lebensfeind Friedrich Thorberg Den sie auch immer als solchen In diesen Memoiren bezeichnet Es ist eine gewisse Parallelität Zwischen den beiden Ich habe sie zum Beispiel gefragt Warum sie den Thorberg andauernd Als ihren Feind bezeichnet Denn das wird in dem Buch Zum Beispiel nicht erklärt Sie hat mir versprochen Dass es im zweiten Teil Genauer erklärt wird Tatsächlich ist es nicht nur Eine Rivalität Zwischen zwei jungen Schriftstellern Sondern geht sehr tief Auch in das Ideologische hinein Sie hat sich, glaube ich Während des Kalten Krieges Mit Thorberg Aufs Tödlichste überworfen Es kommen eine Reihe Von ziemlich prominenten Leuten In diesem Buch vor Die Hildespiel hat gemeint Sie hat Bekenntnisse schreiben wollen In aller Rousseau Also auch Namen nennen Sie nennt eine ganze Reihe Von Namen Leuten, Männern Die ihr nahe standen Ich habe ein bisschen amüsiert Bemerkt, dass die prominenten Leute Immer ausführlichsten genannt werden Und zwar mit vollem Namen Die weniger prominenten Bei denen ist sie etwas diskreter Also es ist eine abgestufte Diskretion Aber was fehlt Ihnen denn so in dem Buch? Naja, sie hat so viel Sehr interessante Zeitgenossen kennengelernt Und kann sie dann eigentlich Doch nicht beschreiben Ich hätte mir gehofft Dass sie ein bisschen Ein paar Charakterporträts Von diesen Leuten gibt Und sie tut es nicht Naja, es kann ja der Grund der sein Dass sie Porträts von Doderer Von Lernet Hollenier Von anderen Schriftstellern In Aufsätzen längst publiziert hat Dass sie vielleicht nicht Wiederholen wollte Ich denke doch, aber Wenn man gegen Ende seines Lebens Seine Erinnerungen schreibt Sollte man doch auch Eine Art Bilanz ziehen Dann einfach auch die Leute Die einem im Leben wichtig waren Und die einen begleitet haben Sollte man doch dann auch mal Die Summe aus der eigenen Bekanntschaft Mit diesen Menschen ziehen In der Art, wie es zum Beispiel Der Canetti gemacht hat In seinen Memoiren Liebe Frau Löffler Lassen wir mal Canetti aus dem Spiel Warum? Ja, ja, ich bin kein Anhänger Dieser Memoiren von Canetti Ich finde sie sehr fragwürdig Aber das ist ein anderes Thema Zur Hilde Spiel zurück Ein bisschen, nehmen Sie mir nicht übel Haben Sie hier die Löcher Aus dem Schweizer Käse hervorgeholt Sie haben schon recht Da fehlt allerlei Aber ich finde, es ist sehr schön Und wichtig, was drin ist Sie hat eine Sache deutlich gemacht Die natürlich schon vor ihr gezeigt wurde Aber so deutlich, sehr charakteristisch Vielleicht doch nicht Dass sie versucht hat Eine Engländerin zu werden Dass sie neun Jahre in das Englische hinein Sich versetzt hat Dass sie Englisch geschrieben hat Und wie ich von Engländern weiß Schon in makellosem Englisch Aufsätze geschrieben hat Und glücklich war in England Und als 1945 der Krieg zu Ende war Sagte sie, das ist meine Heimat Hier bleibe ich immer Und drei Wochen später Fragte sie Kingsley Martin Der Chefredakteur Der Zeitschriften Statesman and Nation Sie werden wohl jetzt In ihre Heimat zurückkehren Und da schreibt die Hilde Spiel Und da sah ich Dass neun Jahre der Bemühungen Sich hier einzuleben Vergeblich waren Und dass sie nun erzählt Dass sie nach Österreich kommt Sehr zufrieden Das gefällt ihr ja alles In englischer Uniform Nur in englischer Uniform Kann ich hier sein Ich will Sie zitiert ihre alte Äußerung Aus dem Tagebuch Ich will keine Wienerin mehr sein Ich kann es gar nicht sein Einmal Immigrant Immer Immigrant Das ist schon hier interessant gezeigt Und scheint mir eine beachtliche Leistung Und es kommt noch ein interessanter Punkt dazu Nämlich das Thema der Assimilation Hilde Spiel ist jüdischer Herkunft Und hat eigentlich ihr Leben Oder ihre Utopie Entschuldigen Sie das abgebrauchte Wort Ihre Utopie war immer die Assimilation Und dass ihr die verweigert worden ist Ist eigentlich ihre große Parade In Österreich und in England Und in England Und das ist eigentlich auch der Punkt Von dem ich mir auch hoffe Dass sie ihn noch etwas ausführlicher erläutert Wie man eigentlich nach dem Holocaust Noch immer an die Assimilation glauben kann Naja und da sind wir dann aber bei Thorberg Von Thorberg mitverweigert wurde Weil Thorberg sie Weil er damals im Kalten Krieg Eben Österreich dahin führen wollte Wo sie es nicht teilen konnte Das war wohl ein sehr wichtiges Erlebnis für sie Sie sagte, der große Unterschied ist der Ob man damals nach England gegangen ist In die Emigration Oder nach Amerika Wie Thorberg Und tatsächlich ist das ein großer Unterschied Auch Thomas Mann hat sich natürlich Relativ leicht getan Über die Emigration zu urteilen Wenn man in Kalifornien sitzt Wo nie eine Bombe gefallen ist Hilde Spiel hingegen hat ja den ganzen Krieg In London verbracht Das heißt, die Bomben sind ihr ganz buchstäblich Um die Ohren geflogen Und wenn man da das durchgestanden hat Hat man nicht so schnell wieder Wie Thorberg auf den Kalten Krieg losgehen können Und sagen, jetzt mache ich den nächsten Krieg Naja, Sie mögen allem Recht haben Ich glaube gar nicht, dass man hier widersprechen sollte Weil hier eine folgende Frage sich ergibt Das ist ein ziemlich reichhaltiges Buch Obwohl nicht so umfangreich Und jeder kann sich die Aspekte raussuchen Völlig legitim Die ihm am meisten behagen in dem Buch Für mich ist es unter anderem auch ein Buch Mit sehr knapp angedeuteten Liebesgeschichten Sie haben Recht Die Prominenten werden beim Namen genannt Andere nicht beim Namen Das ist so wichtig nicht Geschenkt Aber es sind einige schöne Liebesgeschichten drin Und es ist der Versuch Einer Frau Möglichst ehrlich Darüber zu schreiben In Diskretion in Kauf nehmen Dagegen ist nur nicht zu machen Mir hat ein Freund gesagt Der Peter de Mendelssohn Der Ehemann von Hildespiel Kommt zu gut weg In dem Buch Ich habe dem Freund gesagt Wenn deine Gattin Eine Autobiografie schreiben wird Wirst du auch zu gut wegkommen Und ich glaube das trifft zu Nein, er kommt gar nicht zu gut weg Sie ist sehr aufrichtig Und ehrlich Zeigt auch ihn In der Nachkriegszeit der Ersten Von einer etwas fragwürdigen Seite Wissen Sie Es gibt in Deutschland Die schlechte Gewohnheit Autobiografien von Schriftstellen Gleich mit Dichtung und Wahrheit zu vergleichen Also das hat nun mit Dichtung und Wahrheit Nicht zu tun Aber mit einem Buch Wie etwa Plus minus Stefan Zweigs Welt von gestern Oder Klaus Manns Mephisto Quatsch Verzeihen Sie Klaus Manns Wendepunkt Mit diesen beiden Autobiografien Kann man das Buch schon vergleichen Ach, das finde ich ungerecht Ich glaube, dass es viel besser ist Nein, ich glaube, der Hildespiel Darf man nicht mit Stefan Zweig kommen Das ist einfach ungerecht Wo finden Sie die Welt von gestern Kein bedeutend Nein, das finde ich kein bedeutendes Buch Und außerdem Ich würde schon die Hildespiel Eher in Richtung Canetti Rücken Aber ich weiß nicht, warum Sie Canetti Nicht gut finden Sie werden es uns sicher sofort sagen Nein, nicht Canetti Insgesamt Ich habe eine Abneigung Gegen die beiden Autobiografien Ich glaube, zwei Fackel im Ohr Und Ich kann mich an die drei Die gerettete Zunge Die gerettete Zunge Es ist eine Darstellung Der frühen Kindheit Wiederum Von einem, der sich so genau An alle Details in dieser Kindheit erinnert Es ist eine sehr vornehm stilisierte Welt Und mich hat sie nicht Nicht keineswegs Ist das ein Buch Gegen welches ich irgendwie protestieren könnte Aber ich habe damals geschrieben Und glaube, dass es richtig ist Auch wenn Sie es etwas anders sehen Es ist ein Buch Das wichtig ist Für alle Für die Canetti Wichtig ist Man muss sich für Canetti Besonders interessieren Um auch dieses Buch zu lesen Aber das ist durchaus Das ist nicht für jedes Buch? Nein Oh nein Durchaus nicht Als die verlorene Ehre Der Katharina Blum von Böll erschien Brauchte man sich nicht Für Böll zu interessieren Und konnte in diesem Buch Einiges aus unserer Epoche entdecken Nein, nein So ist das nicht Man braucht sich nicht für Wolfgang Köppen Zu interessieren Um festzustellen Dass die Tauben im Gras Ein bedeutendes Buch Das ist auch die Autobiografische Entschuldigung Ja Ich wage die Behauptung Dass die verlorene Ehre Der Katharina Blum Ich habe sie damals im Spiegel vorab gedruckt Es war die erste Erzählung Die wir je im Spiegel abgedruckt haben Ich habe das aus politischen Gründen getan Ich möchte sagen Lesen Sie das Buch bitte noch mal Bevor Sie in Hymnen verfallen Ich verspreche Ihnen Dass ich es noch mal lesen werde Und Sie werden sie Aber jetzt sehe ich Mein lieber Freund betroffen Den Vorhang zu Und alle Fragen offen Ich habe es noch mal lesen werde Ich habe es noch mal lesen werde Ja, mit Recht. Und das zweite war nicht gut. Dann hat er wieder nicht den Roman seiner Generation geschrieben. Nein, den Roman der Generation brauchen wir gar nicht. Wir wollen ja nicht von den Autoren gleich, das ist doch Unsinn. Der eine Boto Strauß, wo ich gesagt habe, vielleicht wird er den Roman dieser Generation schreiben. Ich habe mich geirrt, nicht zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, liebe Frau Löffler. Das besteht ja, darin besteht ja zum Teil meine Kritik. Ich habe den Mut zum Irrtum, muss man auch haben. Es gibt ja Kritiker, die mich nie irren, weil die nie ja oder nein, immer so vorsichtig sich äußern. Aber Sie können uns nicht meinen. Nein, um Gottes Willen, ich meine nie die Anwesenden. Der Fall Boto Strauß, wir werden ihn nicht klären, aber die Formulierung mit der Zweigleisigkeit leuchtete mir ein, die er seine Stücke trägt oder getragen hat, als seine erzählende Prosa. Vielleicht ist das das Geheimnis. Aber vielleicht wenden wir uns mal großer Literatur zu. Nabokov. Ich glaube, da lohnt es sich wahrlich, darüber zu sprechen. Wladimir Nabokov, der viele Jahre Russisch geschrieben hat und, ein Russer natürlich, und der während des Zweiten Weltkriegs in einem, wie er selber sagte, etwas jämmerlichen Englisch zu schreiben begann. Alle Kenner der englischen Sprache und Literatur sagen, es ist einer der größten englischen Stilisten des Jahrhunderts überhaupt. Er konnte Englisch von früher Kindheit an. Das ist eigentlich seine Muttersprache ebenso wie Russisch. Bei uns ist er vor allem berühmt durch die Lolita. Und nun erscheint glücklicherweise im Rowold Verlag eine drei, ich glaube schon 24-bändige Ausgabe seiner Werke. Drei Bände liegen vor, zwei mit allen Erzählungen, aus dem russischen oder englischen übersetzt, und die Lolita in der alten, jedoch stark überarbeiteten Übersetzung. Vielleicht darf ich noch, bevor ich Sie bitten werde, ganz kurz sagen, was eigentlich Nabokov ist als Erzähler. Das ist sehr schwer zu sagen, weil es ein hochmoderner Erzähler ist, in dem viele traditionelle Elemente gleichwohl vorhanden sind. Deswegen Nabokovs Thema hat er selber mal geschildert als Ausgangspunkt der Lolita. Er habe mal gelesen, behauptet Nabokov, er wird es erfunden haben, Schriftsteller lügen oft. Er hat mal gelesen in einer Zeitung, ein Affe sei im Zoo dazu gebracht worden, ein Bild zu zeichnen. Und gemalt hat der Affe immer nur die Gitter, die er um sich herum im Käfig sah. Das ist das Motiv aller Bücher, eigentlich aller Erzählungen von Nabokov. Er zeigt den Menschen im Käfig, im Käfig seiner Obsessionen, seiner Leiden, seiner Komplexe. Alle seine Erzählungen sind Studien des Wahns, der Dämonie. Alle seine Helden sind besessen von der Liebe, von der Sehnsucht nach der Heimat, vom Ehrgeiz. ...objekt, die tut nichts dazu. Die ist nicht abgebrüht, die verführt nicht, die lockt nicht, die tut nichts, die ist einfach da. Und dass er das später nicht mehr aufrechterhalten hat, sondern sich ein Mädchen ausdenkt, das lockt und das ihn verführt, ...das ist ja auch eine Entlastung von dieser Schuld. Plötzlich ist der Mann exkulpiert, die hat mich ja verführt. Das scheint mir sehr typisch. Nicht aus, weil ich mich da nicht so auskenne, sondern aus einem anderen Grund möchte ich nochmal auf die Sprache zurück. Und ich möchte fragen, wir sprechen immer so, das geht um Obsessionen und um größte Betroffenheit. Und trotzdem in der scheinbar spielerischsten, artifiziellsten, kunstvollsten, anspielungsreichsten, literaturzitierendsten und kritischen Sprache. Das ist doch ein seltsames Miteinander. Man würde doch denken, ein Roman wie Lolita müsste hervorgerülpst werden wie Dostoyevsky fast. Nein, er wird sehr kunstvoll, er wird als höchst artifizielles Gebilde vorgebildet. Ja, anderes gibt es ja bei Nabokov nicht. Alle seine Erzählungen, seine Romanen, besser oder nicht. Aber das ist doch eine schöne Spannung zwischen dieser Betroffenheit und diesem Käfig-Dasein und dieser, und auf der anderen Seite dieser artifizielle Künstler, dieser hochgebildete Literat, der Sportspiele macht. Sie sagen, dass die Distanz durch hervorragende Ironie erreicht wird. Mir will es scheinen, dass die Distanz in der Tat erreicht wird, aber durch die ungeheure Kunstfertigkeit von Nabokov. Das ist der eigentliche Grund. Indes freuen wir uns, dass wir so etwas Deutsch haben jetzt. Denn Nabokov drei Bände, hoffentlich wird der Rowold Verlag Wort halten und nacheinander die weiteren Bände. 24 Bände. Wenn ich weiß. Na, drei, vier Bände jährlich sollen kommen. In 24 Jahren sprechen wir da. Nein, 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 nein. Es soll ja bis 95 alles da sein. So schlimm ist es nicht. Aber, liebe Frau Löffler, eine ganz andere Frage. Ich habe gehört, dass in Ihrer neuesten Nummer vom Profil ein sehr interessantes Interview ist, das ich noch nicht gelesen habe. Schlimm, aber wahr. Mit Hildespiel. Wir haben von Hildespiel jetzt ein autobiografisches Buch bekommen, Die hellen und die finsteren Zeiten. Was meinen Sie zu dieser Frage? Sie haben gewiss, Hildespiel, wichtige Einsichten abgewonnen im Interview. Ja, ich habe dieses Buch, Die hellen und die finsteren Zeiten, weil es mich etwas enttäuscht hat und gewisse Fragen nicht eingelöst hat. Deswegen habe ich dann mit der Hildespiel darüber geredet, weil ich mir gedacht habe, es ist fair, dass man sie selber fragt, warum sie gewisse Dinge nicht geschrieben hat. Man sollte es vielleicht nur kurz rekapitulieren für die Leser, die das Buch nicht kennen. Hilde Spiel, die FAZ-Korrespondentin, lange Zeit in Wien und Schriftstellerin und Essayistin, schreibt den ersten... Er hat zum Beispiel, diese wunderbarste Stelle ist die Ermüdung nach der jugendlichen Arbeit beim Ernte einholen. Es ist schon eine Verklärung des einfachen Lebens. Ja, Herr Korosek, er selber sagt aber auch, bin ich jetzt nicht jemand, der verklärt? Ja, gut. Ich will nur sagen, mir steht der Text unendlich fern. Trotzdem bewundere ich ihn sehr. Das ist ein großer Text, der ganz weit von mir weg ist, aber man merkt, dass ein großer Schriftsteller am Werk ist, der seine Mittel sehr gut beherrscht. Was ich dem Text vorwürfen würde, wären religiöse Dinge, ich will das gleich benennen. Der Text neigt zur Selbstgerechtigkeit. Dieser Katechismus, der abgefragt wird, ist manchmal so, mache ich jetzt wieder das alte Schema von Gut und Böse? Nein, sagt Handke, das mache ich keinesfalls, darüber bin ich erhaben. Also er hat so diese Selbstgewissheit des Dichters, die muss man ihm nicht übel nehmen, aber man kann sie verzeichnen. Nur, es wäre völlig idiotisch, wollte man diesem Text die große Qualität absprechen. Das ist ein wirklich großer Text. Trotzdem erlaube ich mir zu sagen, dass er mir sehr fern ist. Also ich muss gestehen, Herr Karasek, Ihnen ist der Text fern und jetzt sind Sie mir sehr fern, nach dem, was Sie eben gesagt haben. Ich meine, ich verstehe eins, Sie haben vorher gesagt, er verklärt. Nein, das war Karasek wohl, er verklärt und dann sagt er gleich, aber ich verkläre doch, das ist vielleicht nicht gut, das hilft mir nun gar nichts. Wenn einer sagt, wenn einer Kitsch schreibt, beispielsweise nicht Handkomm, Gottes Willen, anderer, schreibt Kitsch und sagt, aber ist das nicht Kitsch, was ich gerade schreibe, bleibt es denn noch Kitsch? Da hilft nun gar nichts, diese vorsichtige Bemerkung. Aber warum darf man nicht verklären? Aber natürlich darf man. Nur, Sie fanden es wohl nicht sehr gut, haben gesagt, er selber gibt zu, dass er... Ich teile das nicht, ich teile nicht Handkes wahre Stunden der Empfindung, ich teile nicht, ich habe nicht dieselben Erlebnisse, mir ist der Text nicht nahe. Bloß, er kann seine Erlebnisse ohne Lüge und Verstellung und mit einer schriftstellerischen Genauigkeit artikulieren, die ich manch anderem Schriftsteller wünschen werde. Es ist nicht meine Welt, aber diese Welt, die Handke beschreibt, ist in sich, besser kann man sie nicht beschreiben. Eine Frage, Herr Reikernitzki, glauben Sie denn nicht, dass es auch die Aufgabe eines Schriftstellers ist, eine Gegenwelt einmal zu postulieren und eine Utopie zu versuchen zu erschreiben? Es ist ein utopischer Text, wenn man so will. In der Utopie werde ich etwas nervös, das ist kaputt gemacht worden. Jetzt wird ein anderes Wort kaputt gemacht. Noch ein halbes Jahr und ich werde das Wort Europa nicht mehr hören können. So wird dieser Begriff kaputt. Aber meine letzte Hoffnung ist Frau Obermüller. Ich würde Ihnen soweit folgen, Sie vorhin gesagt... Beispiel Lolita erläutern. Natürlich war die Lolita schon sehr gut übersetzt. Es gibt diese berühmte Übersetzung, an der auch Ledig mitgearbeitet hat, die Carlsen und so weiter und so fort. Und jetzt hat Zimmer folgenden klugen Gedanken gehabt. Nabokov selbst hat das Buch eines Tages ins Russische übersetzt. Übrigens hat er da genauso bescheiden wie über sein Englisch. Er hat gedacht, im Russischen wird die Erlösung kommen. Hat dann aber gemerkt, schreibt, er kann die Sprache auch nicht handhaben. Aber für die deutsche Übersetzung ist dieses Wort-für-Wort-Vergleich, den Zimmer hat veranstalten lassen, deshalb so wichtig. Weil man in Zweifelsfällen, wo man bei der englischen Übersetzung bei diesem vielschichtigen Schriftsteller nicht weiß, was gemeint ist, auf einmal durch die russische Übersetzung gleichzeitig eine Interpretation bekommt. Also das ist nur ein Beispiel. Ich will da nicht zu viel reden. Man könnte von den Anmerkungen schwärmen. Es ist einfach eine Edition, die man sich von jedem Schriftsteller wünscht. Und man ist einfach dankbar, dass ein Buch mit dieser Sorgfalt, mit dieser Liebe, mit dieser Akribie gemacht worden ist. Erlauben Sie, wir kommen gleich dran. Aber erlauben Sie, dass ich nur sage, der Anstand erfordert es. Er hat nämlich die aus dem Englischen übersetzt und die russisch geschriebenen, meist aus der englischen Übertragung, aus zweiter Hand könnte man meinen. Das trifft gar nicht zu, denn Nabokov hat sie selber aus dem Russischen ins Englische übersetzt und bei Gelegenheit ein ganz klein wenig korrigiert. Die englischen Fassungen können als Originale gelten. Es ist richtig, dass Zimmer sie selber aus dem Englischen übersetzt hat. Und es ist ein großes Glück für Nabokov und für die deutschen Leser, dass es Dieter E. Zimmer gibt, der seit 25 Jahren leidenschaftlich besessen wie ein Nabokov-Held, die Nabokov-Literatur in Deutschland pflegt, übersetzt, herausgibt, bibliografiert und so weiter. Bitte. Ich habe mir jetzt noch etwas anderes bei dieser Hintereinander-Lektüre der Erzählungen, was man vielleicht normalerweise nicht tun würde, wenn man jetzt nicht so seine Hausaufgaben hätte machen müssen für heute, aufgegangen. Warum diese Figuren und seltsamerweise sind es fast ausschließlich Männer. Ich glaube, ich habe nur eine Frau gefunden, die ähnlich gelagert ist. Es sind fast immer Männer. Warum die hinter diesen Gitterstäben des Wahns, wie Sie gesagt haben, sich befinden, warum sie so besessen sind, warum sie diese Obsessionen haben. Nämlich, weil sie allesamt, wie Nabokov selbst ja auch, Vertriebene sind, Heimatlose, die weder äußerlich in der Welt noch zu Hause sind, noch in sich selbst zu Hause sind. Und in der Lolita steht ja dann dieser Satz vom Vakuum in der Seele. Und ich glaube, die haben allesamt dieses Vakuum oder wie ein großes, schwarzes Loch in ihrer Seele. Vielleicht auch das Bedeutendste, Lolita enthält das Grundmuster aller seiner Erzählungen und Romane. Ich will nur jetzt den einen Satz noch sagen, dass mich die Erzählungen hintereinander gelesen, die frühen sind der Vollständigkeit halber und vor allem für die Nabokov-Kenner berücksichtigt worden, zu Recht berücksichtigt worden, einen enormen Eindruck auf mich gemacht haben, diese Erzählungen. Weil sie eine Vollendung des schriftstellerischen Handwerks mit einer thematischen Obsession verbinden und trotz der sich wiederholenden Obsessionsstudien niemals die Erzählung selber sich wiederholen. Ich wollte ganz gern, da wir endlich etwas haben, worüber man so positiv sprechen kann. Ich kann zunächst mal sagen, ich habe an Lolita erst mal gemerkt, es gibt einen Fortschritt. Als das Buch zuerst erschien, galt es als so obszön, dass es nur in Olympiapress in dieser grünen Ausgabe in Paris, man kann das in dieser wunderbaren Ausgabe von Zimmer jetzt nochmal nachlesen und nach Amerika nur geschmuggelt werden konnte und dann sofort vom Zoll beschlagnahmt, weil es ein sogenanntes schweinisches Buch war. Das Zweite ist, was Sie mit dieser Obsession sagen, diese Obsession wird gleichzeitig erträglich, weil er, und jetzt möchte ich mit Ihnen keinen Streit anfangen, weil er noch in einem viel größeren Maße als etwa Thomas Mann über Ironie verfügt, über ein Mittel stilistischer Distanz und Bildung und ironischen Spiel, der all das erträglich macht. Aber ich wollte eigentlich von was anderem reden und sagen, das ist deshalb auch das Ereignis des Buchherbstes, weil es eine mustergültige Edition ist. Ich habe eine so schöne Ausgabe lange nicht in der Hand gehabt, ich will das nur am Beispiel Lolita erläutern. Natürlich war die Lolita schon sehr gut übersetzt, es gibt diese berühmte Übersetzung, an der auch ledig mitgearbeitet hat, die Carlsen und so weiter und so fort. Und jetzt hat Zimmer folgenden klugen Gedanken gehabt. Nabokov selbst hat das Buch eines Tages ins Russische übersetzt. Übrigens hat er da genauso bescheiden wie über sein Englisch, er hat gedacht, im Russischen wird die Erlösung kommen, hat dann aber gemerkt, schreibt, er kann die Sprache auch nicht handhaben. Aber für die deutsche Übersetzung ist dieses Wort-für-Wort-Vergleich, den Zimmer hat veranstalten lassen, deshalb so wichtig, weil man in Zweifelsfällen, wo man bei der englischen Übersetzung bei diesem vielschichtigen Schriftsteller nicht weiß, was gemeint ist, auf einmal durch die russische Übersetzung gleichzeitig eine Interpretation bekommt. Also das ist nur ein Beispiel, ich will da nicht zu viel reden, man könnte von den Anmerkungen schwärmen. Es ist einfach eine Edition, die man sich von jedem Schriftsteller wünscht und man ist einfach dankbar, dass ein Buch mit... ...verscheidet, weil er einen Bart hat, das ist alles und wo die Menschen nicht mehr wissen, wo die Wirklichkeit endet und die große Täuschung, die Projektion ihrer Sehnsüchte an den Himmel, ihrer Illusion beginnt. Das könnte alles den Stoff für eine Parabel oder auch für eine beißende Satire abgeben, aber ich muss leider sagen, es tut es nicht. Ich halte diesen Roman von Dürrenmatt leider für ziemlich misslungen. Er ist zwar unverwechselbar Dürrenmatt, er hat den Sound von Dürrenmatt, wie man bei der Musik sagen würde, er enthält alle Motive, die wir von Dürrenmatt her kennen, aber auch das Personal ist fast zu bekannt, man denkt dauernd, man sei den Leuten schon mal begegnet aus früheren Stücken von Dürrenmatt, sie gleichen sich alle wie ein Ei dem anderen und das Ganze ist mir eigentlich vorgekommen, als hätte Dürrenmatt nochmal in den Fundus seiner Ideen gegriffen und sowas ähnliches wie ein Plagiat seiner selbst gemacht. Dagegen gibt es kein Gesetz, aber man hätte es eigentlich nicht tun sollen. Mit einer einzigen Ausnahme, und das muss der Gerechtigkeit halber auch gesagt sein, das ist der Schluss, das ist diese gewaltige, wort- und bildgewaltige Apokalypse, in der Dürrenmatt diese ganze Welt, dieses Durcheinandertal, unverkennbar die Schweiz, untergehen lässt, in Flammen aufgehen lässt, und nur eins triumphiert, die Schöpferlust, ob nun des Menschen oder Gottes, das kann ich nicht entscheiden. Da ist er noch einmal der ganz große Dürrenmatt, aber es sind nur etwa sieben Seiten, und das finde ich für einen ganzen Roman doch etwas wenig. Ja, ich wollte nur sagen, dem lässt sich eigentlich kaum was hinzufügen, außer diese etwas peinigende Überlegung. Man erkennt die Kulissen wieder, die Dürrenmatt verlassen hat, die Personen haben sie verlassen, aber Dürrenmatt hat mal zu einem Theaterstück den Satz gesagt, eine Geschichte ist dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Wie kommt es, dass ein Autor von niemandem geschützt wird, bevor er seine schlimmstmögliche Wendung nimmt? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also es ist, weil das Schlimme dabei ist, man ertappt sich auf einmal bei dem Verdacht, hat man die früheren Stücke, Romane überschätzt, weil sie jetzt auf den endgültigen Punkt ihrer Banalität gebracht worden sind. Es ist einfach, natürlich kann man sich, wie manche Kritiker es getan haben und wie in den Zeitungen zu lesen war, dann darauf zurückretten, dass Dürrenmatt zeigt, dass die Welt ein Chaos ist und Gott ein Schurke wie jeder Verbrecher und so weiter und so fort. Nur diese Behauptung wird durch keinerlei Literatur gestehen, in der scheinbar spielerischsten, artifiziellsten, kunstvollsten, anspielungsreichsten, Literatur zitierendsten und kritische Sprache. Das ist doch ein seltsames Miteinander. Man würde doch denken, ein Roman wie Lolita müsste hervorgerülpst werden wie Dostoyevsky fast. Nein, er wird sehr kunstvoll, er wird als höchst artifizielles Gebilde vorgelegt. Ja, anderes gibt es ja bei Nabokov nicht. Alle seine Erzählungen, alle seine Romanen. Aber das ist doch eine schöne Spannung zwischen dieser Betroffenheit, von diesem Käfig-Dasein und auf der anderen Seite dieser artifizielle Künstler, dieser hochgebildete Literat. Sie sagen, dass die Distanz durch hervorragende Ironie erreicht wird. Mir will es scheinen, dass die Distanz in der Tat erreicht wird, aber durch die ungeheure Kunstfertigkeit von Nabokov. Das ist der eigentliche Grund. Indes freuen wir uns, dass wir so etwas Deutsch haben jetzt, den Nabokov drei Bände. Hoffentlich wird der Rowold Verlag Wort halten und nacheinander die weiteren Bände. 24 Bände. Wenn ich weiß. Na, drei, vier Bände jährlich sollen kommen. In 24 Jahren sprechen wir da. Nein, 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 nein. Es soll ja bis 95 alles da sein. So schlimm ist es nicht. Aber, liebe Frau Löffler, eine ganz andere Frage. Ich habe gehört, dass in Ihrer neuesten Nummer vom Profil ein sehr interessantes Interview ist, das ich noch nicht gelesen habe. Schlimm, aber wahr. Mit Hildespiel. Wir haben von Hildespiel jetzt ein autobiografisches Buch bekommen, Die hellen und die finsteren Zeiten. Was meinen Sie zu dieser Frage? Sie haben gewiss, Hildespiel, wichtige Einsichten abgewonnen im Interview. Ja, ich habe dieses Buch, Die hellen und die finsteren Zeiten, weil es mich etwas enttäuscht hat und gewisse Fragen nicht eingelöst hat. Deswegen habe ich dann mit der Hildespiel darüber geredet, weil ich mir gedacht habe, es ist fair, dass man sie selber fragt, warum sie gewisse Dinge nicht geschrieben hat. Man sollte es vielleicht nur kurz rekapitulieren für die Leser, die das Buch nicht kennen. Hildespiel, die FAZ-Korrespondentin, lange Zeit in Wien und Schriftstellerin und Essayistin, schreibt den ersten Teil ihrer Memoiren, also ihre Jugendzeit, ihre Emigration nach England bis zum Jahr 46. Da bricht der erste Teil ab. Der zweite wird uns versprochen. Die Hildespiel hat sehr jung begonnen zu schreiben, hat auch sehr jung Erfolg gehabt. Eigentlich parallel zu ihrem Freund, Feind und Todfeind, Lebensfeind, Friedrich Thorberg, den sie auch immer als solchen in diesen Memoiren bezeichnet. Es ist eine gewisse Parallelität zwischen den beiden. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, warum... wie Lolita müsste hervorgerülpst werden, wie Dostoevsky fast. Nein, er wird sehr kunstvoll, er wird als höchst artifizielles Gebilde vorgegriffen. Ja, anderes gibt es ja bei Nabokov nicht. Alle seine Erzählungen, seine Romanen... Aber das ist doch eine schöne Spannung zwischen dieser Betroffenheit, von diesem Käfig-Dasein... Und auf der anderen Seite dieser artifizielle Künstler, dieser hochgebildete Literat... Sie sagen, dass die Distanz durch hervorragende Ironie erreicht wird. Mir will es scheinen, dass die Distanz in der Tat erreicht wird, aber durch die ungeheure Kunstfertigkeit von Nabokov. Das ist der eigentliche Grund. Indes freuen wir uns, dass wir so etwas Deutsch haben jetzt. den Nabokov drei Bände, hoffentlich wird der Rowold Verlag Wort halten und nacheinander die weiteren Bände... 24 Bände. Ja, wenn ich weiß... Na, drei, vier Bände jährlich sollen kommen. In 24 Jahren sprechen wir das. Nein, 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 nein. Es soll ja bis 95 alles da sein. So schlimm ist es nicht. Aber, liebe Frau Löffler, eine ganz andere Frage. Ich habe gehört, dass in Ihrer neuesten Nummer vom Profil ein sehr interessantes Interview ist, das ich noch nicht gelesen habe. Schlimm, aber wahr, mit Hildespiel. Wir haben von Hildespiel jetzt ein autobiografisches Buch bekommen, Die hellen und die finsteren Zeiten. Was meinen Sie zu dieser Frage? Sie haben gewiss, Hildespiel, wichtige Einsichten abgewonnen im Interview. Ja, ich habe dieses Buch, Die hellen und die finsteren Zeiten, weil es mich etwas enttäuscht hat und gewisse Fragen nicht eingelöst hat. Und deswegen habe ich dann mit der Hildespiel darüber geredet, weil ich mir gedacht habe, es ist fair, dass man sie selber fragt, warum sie gewisse Dinge nicht geschrieben hat. Man sollte es vielleicht nur kurz rekapitulieren für die Leser, die das Buch nicht kennen. Hildespiel, die FAZ-Korrespondentin, lange Zeit in Wien, und Schriftstellerin und Essayistin, schreibt den ersten Teil ihrer Memoiren, also ihre Jugendzeit, ihre Emigration nach England bis zum Jahr 46. Da bricht der erste Teil ab. Der zweite wird uns versprochen. Die Hildespiel hat sehr jung begonnen zu schreiben, hat auch sehr jung Erfolg gehabt. Eigentlich parallel zu ihrem Freund, Feind und Todfeind, Lebensfeind, Friedrich Thorberg, den sie auch immer als solchen in diesen Memoiren bezeichnet. Das ist eine gewisse Parallelität zwischen den beiden. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, warum sie den Thorberg andauernd als ihren Feind bezeichnet, denn das wird in dem Buch zum Beispiel nicht erklärt. Sie hat mir versprochen, dass es im zweiten Teil genauer erklärt wird. Tatsächlich ist es nicht nur eine Rivalität zwischen zwei jungen Schriftstellern, sondern geht sehr tief auch in das Ideologische hinein. Aber es sind einige schöne Liebesgeschichten drin. Und es ist der Versuch, einer Frau möglichst ehrlich darüber zu schreiben, Indiskretion in Kauf nehmen. Dagegen ist nur nichts zu machen. Mir hat ein Freund gesagt, der Peter de Mendelssohn, der Ehemann von Hildespiel, kommt zu gut weg in dem Buch. Ich habe dem Freund gesagt, wenn deine Gattin eine Autobiografie schreiben wird, wirst du auch zu gut wegkommen. Und ich glaube, das trifft zu. Nein, er kommt gar nicht zu gut weg. Sie ist sehr aufrichtig und ehrlich, zeigt auch ihn in der Nachkriegzeit der Ersten von einer etwas fragwürdigen Seite. Wissen Sie, es gibt in Deutschland die schlechte Gewohnheit, Autobiografien von Schriftstellern gleich mit Dichtung und Wahrheit zu vergleichen. Also das hat nun mit Dichtung und Wahrheit nichts zu tun. Aber mit einem Buch wie etwa, plus minus, Stefan Zweigs Welt von gestern oder Klaus Manns Mephisto, äh Quatsch, verzeihen Sie, Klaus Manns Wendepunkt, mit diesen beiden Autobiografien kann man das Buch schon vergleichen. Das finde ich ungerecht. Ich glaube, dass es viel besser ist. Nein, ich glaube, der Hildespiel darf man nicht mit Stefan Zweig kommen. Das ist einfach ungerecht. Wo finden Sie die Welt von gestern kein bedeutendes? Nein, das finde ich kein bedeutendes Buch. Und außerdem, ich würde schon die Hildespiel eher in Richtung Canetti rücken. Aber ich weiß nicht, warum Sie Canetti nicht gut finden. Sie werden es uns sicher sofort sagen. Nein, nicht Canetti insgesamt. Ich habe eine Abneigung gegen die beiden Autobiografien, glaube zwei, Fackel im Ohr und ich kann mich an die drei Titel Zunge. Die gerettete Zunge und das Augenspiel. Es ist eine Darstellung der frühen Kindheit, wiederum von einem, der sich so genau an alle Details in dieser Kindheit erinnert. Es ist eine sehr vornehm stilisierte Welt. Und mich hat sie nicht, nicht keineswegs ist das ein Buch, gegen welches ich irgendwie protestieren könnte. Aber ich habe damals geschrieben und glaube, dass es richtig ist, auch wenn Sie es etwas anders sehen. Es ist ein Buch, das wichtig ist, für alle, für die Canetti wichtig ist. Man muss sich für Canetti besonders interessieren, um auch dieses Buch zu lesen. Aber das ist durchaus... Ist das nicht für jedes Buch? Nein, oh nein, durchaus nicht. Als die verlorene Ehre der Katharina Blum von Böll erschien, brauchte man sich nicht für Böll zu interessieren. Und konnte in diesem Buch einiges aus unserer Epoche entdecken. Nein, nein, so ist das nicht. Man braucht sich nicht für Wolfgang Köppen zu interessieren, um festzustellen, dass die Tauben im Gras ein bedeutendes Buch sind. Das ist auch die autobiografische... Entschuldigung. Ja? Ich wage die Behauptung, dass die verlorene Ehre der Katharina Blum... Ich habe sie damals im Spiegel vorab gedruckt. Es war die erste Erzählung, die wir je im Spiegel... Um Gottes Willen, im Gegenteil, ich trete ja oft als Verteidiger auf, nicht als Ankläger. Ich finde es ja viel interessanter, einen Schriftsteller zu verteidigen, als ihn anzuklagen. Meist schreiben die so schlechte Bücher, dass die Anklage eine Kleinigkeit ist. Das ist doch das Problem. Boto Strauß. Also ist da ein völliger Eindruck. Jetzt bin ich neugier auf Ihre Verteidigung. Von wem? Boto Strauß. Ich denke nicht daran. Wie komme ich dazu? Schade. Nein, ich bin völlig einverstanden, dass die weinziellische Kritik besser ist als das Büchlein. Mich interessiert nur ein Fall, eine Sache interessiert mich sehr. Ich finde dieses neue schauderhafte läppische Büchlein von Boto Strauß überhaupt keine Überraschung. Für mich war das eine ganz klare Entwicklung eines Schriftstellers, der mal einige wichtige Stücke geschrieben hat und eine sehr schöne Erzählung betitelt, die Widmung. Darf ich Sie da noch an Ihre eigene Kritik erinnern? Sie haben damals geschrieben, dass das der Autor ist, von dem wir den großen Roman der Generation erwarten. Stopp! Das ist nun mal wieder falsch. Sie zitieren falsch und in der Zeit hat mich ein junger Mann, dessen Namen ich mich nicht erinnern kann, geschrieben, ich hätte von ihm den Roman unserer Generation erwartet. Nein, verlangt. Kilp heißt der junge Mann. Kilp. Andreas Kilp. Kilp. Aha, so gut. Also ich hätte von ihm den Roman unserer Generation gefordert. Nicht unserer. Das ist blöd. Seiner. Seiner. Ich habe noch nie von einem Autor einen Roman gefordert, denn ich weiß, es kann passieren, dass er ihn schreibt. Erwartet. Ja, also, ich habe nur eine vage Vermutung nach dem Buch, die Widmung zu äußern, mich erkühnt. Nämlich, ich habe geschrieben, vielleicht wird, nicht eine Erwartung, vielleicht wird von ihm der Roman dieser Generation kommen. Daraufhin hat mir Reinhard Baumgart im Spiegel, glaube ich, geantwortet, haha, der wird nie im Leben einen Roman schreiben. Oh, hätte er recht gehabt, dieser Baumgart. Der hat leider einen schrecklichen Roman Rumor geschrieben und dann einen der junge Mann. Das ist nun wirklich der. Aber das, das findet nur Herr Kilp, ist nun wirklich der Roman seiner Generation. Ja, aber er, aber wenn Herr Kilp kein Gefühl hat. Aber Herr Kilp kann doch für seine Generation besser sprechen als wir. Das weiß ich nicht. Wenn er nichts von Literatur versteht, kann er für gar keine Generation sprechen. Das so ist das nicht. Aber wir machen es uns jetzt doch, also ich denke, wir haben einen ähnlichen Fall wie Dürnmatt. Man muss doch fragen, Sie haben das doch auch ganz gönnerhaft gesagt. Der hat eine ganz gute Erzählung geschrieben, die Widmung, ich finde es eine sehr gute Erzählung. Und er hat ein paar Theaterstücke geschrieben, die sich zumindest interessant aufführen lassen. Was ist also passiert, dass ein Autor, der zuletzt wieder als erfolgreichster Dramatiker, des deutschsprachiger Dramatiker des Jahres gefeiert wurde, was ist passiert, wenn der eine gute Erzählung geschrieben hat, die Widmung, ich finde es eine sehr gute Erzählung. Und er hat ein paar Theaterstücke geschrieben, die sich zumindest interessant aufführen lassen. Was ist also passiert, dass ein Autor, der zuletzt wieder als erfolgreichster Dramatiker, deutschsprachiger Dramatiker des Jahres, Ruhe, oh lieber Gott, gefeiert wurde, was ist passiert, wenn der ein solch läppisches Buch vorlegt? Haben Sie eine Antwort daran? Nein. Ja, ich habe schon eine. Bitte. Der Bodo Strauß ist im Grunde, und das merkt man auch in seinen Stücken, Er ist eigentlich ein verschwimmelter Mystagoge, und manchmal hat er auch ein bisschen so ein Zeitgeist-Tempo drauf. Und der Zeitgeist kommt eher in den Stücken heraus, und der verschwimmelte Mystagoge eher in der Prosa. Frau Löffler, ich glaube, dass Sie recht haben, aber was hätten Sie jetzt getan, wenn jemand ähnlich über Hand geurteilt hätte? Ja, da möchte ich doch... Genau das habe ich mir gedacht. Genau das! Ich frage nur mal, der Fairness halber. Denn die Stücke sind doch nicht mit dem... Sind die damit wirklich abzutun? Mit dem Zeitgeist allein. Mit dem Zeitgeist allein. Er ist doch schon ein sehr flacher Boulevardier. Naja, also... Ja, gut. Wir wollen jetzt nicht die Diskussion über die Dramatik von Bodo Strauß hier beginnen. Ich glaube, das würde zu weit. Ich wollte das nur einwerfen. Weil wir vernichten hier ein Buch nach dem anderen. Lieber Herr, wir vernichten Bücher, aber nicht Autoren. Die Sache ist wohl klar. Wir können immer wieder diese Frage nicht beantworten. Warum gehen Autoren heutzutage, und jetzt hatten wir es mit berühmten Autoren zu tun, wie Dürrenmatt etwa, auch Bodo Strauß, so kaputt, so schlecht werden die. Bei Dürrenmatt gibt es einen Satz, das Alter ist ein Schiffbruch, nicht? Das ist ein berühmter Satz. Das ist noch nicht 70, da hat noch gar mancher gute Bücher geschrieben. Ein bisschen übertrieben. Nein, es ist nicht so. Und Tarn hat überhaupt erst angefangen. Ja, ein bisschen früher hat er angefangen. Macht nicht. Zurück zu diesen Autoren. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, die jungen Autoren, die debütieren mit einem guten Buch, und nach dem ersten guten Buch kommt nur noch Mist. Das gibt es doch immer wieder. Wir schämen, wir loben das erste Buch. Wie oft habe ich das getan? Und dann schäme ich mich, wenn das zweite Buch kommt, das dritte. Ich sage kein Wort zu den nächsten Büchern, weil die so schlecht sind. Denken Sie an Thorsten Becker jetzt? Ja, bitte. Sie denken an Thorsten Becker. Aber unter anderem, ja, an Thorsten Becker, klar. Das erste Buch schien mir sehr beachtlich. Ja, mit Recht. Und das zweite war nicht gut. Dann hat er wieder nicht den Roman seiner Generation geschrieben. Nein, den Roman der Generation brauchen wir gar nicht. Wir wollen ja nicht von den Autoren gleich so. Das ist doch Unsinn. Der eine Bodo Strauß, wo ich gesagt habe, vielleicht wird er den Roman dieser Generation schreiben. Ich habe mich geirrt, nicht zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, liebe Frau Löffler. Das besteht ja darin, besteht ja für ein Teil, die ich an einem drastischen, wiederum, wenn auch nicht schlüpfrigen Beispiel verdeutlichen möchte. Es macht der Junge sehr oft in die Hosen. Ungefähr dreimal wöchentlich. Ich finde, ein Satz würde genügen. Ich konnte Bieler schreiben, habe damals dreimal wöchentlich zwei Jahre lang in die Hosen gemacht. Schön. Er erzählt es uns aber immer auf jeder dritten Seite, wird noch einmal erzählt, wie er in die Hosen macht, detailliert, wie das ausschaut und ergleichen. Wenn es doch wenigstens detailliert wäre, der Mann hat ja gar keine Sprache. Er schreibt auch, diese traurigen Memoiren bestehen darin, dass er nach jedem, wenn wieder ein kleiner Aufschwung kommt, ich habe es nicht gezählt, aber mindestens 40 Mal, ich fühlte mich wie im siebten Himmel. Die Mutter redet wie ein Wasserfall. Also es kommt ein Klischee nach dem anderen. Und noch eine Kleinigkeit. Ist Ihnen aufgefallen, er schildert um ein bestimmtes kleinbürgerliches Milieu. Ich kenne dieses Milieu genauestens. Ich erkenne alles wieder. Das war nämlich alles in der Blechtrommel schon drin. Dass dasselbe Milieu das Gras geschildert hat. Wenn Sie sagen, in Danzig und da, wo der herkommt, fernst, sind die Leute vielleicht ähnlich, mag ja alles sein. Aber das Buch ist unselbstständig. Und es sind einige Leute mit Tilman Moser an der Spitze darauf reingefallen, in dem sie sagten, ein ungeheures Erlebnis, man kann es gar nicht ruhig lesen. Ja, aber Herr Reichenitz, es ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet ein Psychoanalytiker auf dieses Buch so abfährt. Fabelhaft. Psychoanalytiker? Fabelhaft. Also ich finde, es geht auch nicht an, dass wir andauernd Bieler sagen, wenn wir den kleinen Helden dieses misslungenen Buches meinen. Man darf das auch nicht so gleichsetzen. In Wahrheit ist es geradezu ein Schulbuchfall, eine Studie, eine Therapiestudie. Ja, aber entschuldigen Sie mich, wenn wir Bieler sagen, so deshalb, weil das Buch nicht der kleine Junge, sondern Manfred Bieler geschrieben hat, ja, das dürfte wohl keinem Zweifel unternehmen. Aber die Ich-Figur kann man nicht so ohne weiteres mit Bieler gleichsetzen. Nein. Darauf würde ich doch mal schon Wert legen. Er tut es doch. Er selber tut es. Ja, aber ich tue es nicht. Ja, wir brauchen es nicht zu tun. Das Ganze ist, glaube ich, wirklich eher als Therapeutikum zu verstehen. Deshalb sind wahrscheinlich auch Psychoanalytiker so davon entfügt. Nein. Sehen Sie, das ist der Punkt, wo unser Ansicht hat. Also Literatur kann ich über dieses Buch nicht reden. Nein. Weil als Literatur ist es zu belanglos und auch zu wertlos. Ja, als Literatur belanglos. Therapeutikum, das heißt, aus dringendem Bedürfnis geschrieben, er musste seine Erlebnisse loswerden. Das überzeugt Frau Altenf Miller, die Psychoanalytikerin in ihrem nächsten Buch, über die armen Kinder, die alle das Opfer der schwarzen Pädagogik sind, auf dieses Buch eingehen. Aber was war nun der Motor, der veranlasst hat, in den Impuls das Buch zu schreiben? Ich glaube, ein einziger. Der hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, worüber schreibe ich jetzt einen Roman, der erfolgreich sein wird? Das ist ein ganz kalt... Vielleicht sollte man ihn als theologische Farce lesen. Ich habe das jedenfalls mal versucht. Und da bin ich dann doch eigentlich so auf ein paar Seiten gekommen, die mich amüsiert haben. Und im Übrigen würde ich doch meinen, dass man als Dürrenmatt auch das Recht hat, einmal ein total missglücktes Buch zu schreiben? Nein, also ich glaube, die Idee, das als theologische Farce zu verstehen, das ist ja der einzige Ausweg. Wenn alles miserabel ist, sagt man, es ist tiefsinnig und man gewinnt etwas Raunendes der Sache ab. Ich weiß nicht, ob... Einmal will ich etwas Freundliches sagen und dann Tadel für mich. Nein, 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 nein. Ich muss mich Ihnen widersetzen aus einem anderen Grund. Ich finde dieses Buch abscheulich, aber die Frage, warum so etwas passieren konnte, scheint mir wichtig. Ich bin aber auch sehr dagegen, dass wir den ganzen Dürrenmatt-Export in Mülleimer fördern. Das geht nun doch nicht. Er hat den Besuch der alten Dame geschrieben, der immer noch sehr gut ist. Er hat die Panne geschrieben, eine der besten deutschen Erzählungen nach 45. Eine grandiose Erzählung. Die Physiker waren gleich etwas albern von Anfang an. Die Physiker ist die Zeit schon weggegangen und nach Tschernobyl kann man diese Späßchen nicht mehr machen, die er da macht. Meteor würde ich noch gelten lassen. Partiell. Der Auftritt des Kritikers, immerhin. Das ist die einzige Rolle, die mir ernsthaft im Theater angeboten wurde, der Kritiker. Sie hätten es ja auch gut spielen können in dem Stück. Ja, es ist wenig Text. Man braucht nicht viel auswendig zu lernen. Also, ich glaube nicht, dass wir Dürrenmatt-Export hinrichten sollten. Die letzten Sachen sind in der Tat Achterloh und dergleichen ziemlich läppisch und albern. Warum kann man das nicht verhindern? Können Sie es von einem Verleger erwarten, dass er so ein Buch nicht drückt, wenn er genau weiß, dass das Buch für Miserables auch sein mag, Geld bringt? Darf ich indiskret werden? Es ist zwar nicht fein, darüber zu reden, über das Privatleben und über das Verlagsleben von Autoren, aber manchmal gibt es biografische Ereignisse, die eine Texterzeugungsmaschine nochmal anwerfen. Sie wollen doch nicht von einer Frau ins Gespräch sprechen. Nein, nein, nein. Ich wollte mehr nicht sagen, als ich gesagt habe. Das ist zu geheimnisvoll. Nein, nein, nein. Die Leute, die am Fernsehschirm, am Bildschirm sitzen, zahlen monatlich einen Betrag und haben das Recht zu erfahren, was sie gemeint haben. Ich würde wirklich sagen, Dürrenmatt war ein Witwer. Er war sehr verlassen. Er hat jetzt wieder eine Frau, die heißt Kerr. Sie hat mit dem Kritiker gleichen Namens nichts zu tun. Es ist reiner Zufall. Und sie scheint mir eine Frau nach dem Muster zu sein, Friedrich, aufstehen, dichten. Ja, also, Herr Karasek, Herr Karasek immer wieder äußert, den würden wir eher hinnehmen. Die moralische Seite würden wir hinnehmen, wenn es literarisch besser wäre. Das ist richtig. Das Buch ist unendlich monoton und es hat eine merkwürdige Eigentümlichkeit, die ich an einem drastischen, wiederum, wenn auch nicht schlüpfrigen Beispiel verdeutlichen möchte. Es macht der Junge sehr oft in die Hosen. Ungefähr dreimal wöchentlich. Ich finde, ein Satz würde genügen. Ich, könnte Bieler schreiben, habe damals dreimal wöchentlich zwei Jahre lang in die Hosen gemacht. Schön. Er erzählt es uns aber in Abstimmung. Immer auf jeder dritten Seite wird noch einmal erzählt, wie er in die Hosen macht, detailliert, wie das ausschaut. Und dergleich. Aber wenn es doch wenigstens detailliert wäre, der Mann hat... Na, mir reicht. Nein, nein, nein. Der hat ja gar keine Sprache. Er schreibt auch, diese traurigen Memoiren bestehen darin, dass er nach jedem, wenn wieder ein kleiner Aufschwung kommt, ich habe es nicht gezählt, aber mindestens 40 Mal, ich fühlte mich wie im siebten Himmel. Die Mutter redet wie ein Wasserfall. Also es kommt ein Klischee nach dem anderen. Und noch eine Kleinigkeit. Ihnen aufgefallen, er schildert um ein bestimmtes kleinbürgerliches Milieu. Ich kenne dieses Milieu genauestens. Ich erkenne alles wieder. Das war nämlich alles in der Blechtrommel schon drin. Dass dasselbe Milieu das Gras geschildert hat. Wenn Sie sagen, in Danzig und da, wo der herkommt, Zerz, sind die Leute vielleicht ähnlich. Mag ja alles sein. Aber das Buch ist unselbstständig. Und es sind einige Leute mit Tilman Moser an der Spitze darauf reingefallen, in dem sie sagten, ein ungeheures Erlebnis, man kann es gar nicht ruhig lesen. Ja, aber Herr Reichenitz, es ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet ein Psychoanalytiker auf dieses Buch so abfährt. Fabelhaft. Psychoanalytiker? Fabelhaft. Also ich finde, es geht auch nicht an, dass wir andauernd Bieler sagen, wenn wir den kleinen Helden dieses misslungenen Buches meinen. Man darf das auch nicht so gleichsetzen. In Wahrheit ist es geradezu ein Schulbuchfall, eine Studie, eine Therapiestudie. Ja, aber entschuldigen Sie mich, wenn wir Bieler sagen, so deshalb, weil das Buch nicht der kleine Junge, sondern Manfred Bieler geschrieben hat. Ja, das dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen. Aber die Ich-Figur kann man nicht so ohne weiteres mit Bieler gleichsetzen. Nein. Darauf würde ich doch mal schon Wert legen. Er tut es doch. Er selber tut es. Ja, aber ich tue es nicht. Ja, wir brauchen es nicht zu tun. Das Ganze ist, glaube ich, wirklich eher als Therapeutikum zu verstehen. Deshalb sind wahrscheinlich auch Psychoanalytiker so davon entgeguckt. Nein. Sehen Sie, das ist der Punkt, wo unser Anliegen hat. Als Literatur kann ich über das Buch nicht reden. Nein. Weil als Literatur ist es zu belanglos und auch zu wertlos. Als Literatur belanglos. Therapeutikum, das heißt, aus dringendem Bedürfnis geschrieben, er musste seine Erlebnisse loswerden. Ich bin ganz überzeugt, Frau Althus-Miller, die Psychoanalytikerin, in ihrem nächsten Buch über die armen Kinder, die alle das Opfer der schwarzen Pädagogik sind, auf dieses Buch eingehen wird. Aber was war nun der Muck? Wenn man da das durchgestanden hat, hat man nicht so schnell wieder wie Thorberg auf den Kalten Krieg losgehen können und sagen, jetzt mache ich den nächsten Krieg. Naja, Sie mögen allem Recht haben. Ich glaube gar nicht, dass man hier widersprechen sollte, weil hier eine folgende Frage sich ergibt. Das ist ein ziemlich reichhaltiges Buch, obwohl nicht so umfangreich. Und jeder kann sich die Aspekte raussuchen, völlig legitim, die ihm am meisten behagen in dem Buch. Für mich ist es unter anderem auch ein Buch mit sehr knapp angedeuteten Liebesgeschichten. Sie haben Recht, die Prominenten werden beim Namen genannt, andere nicht beim Namen. Das ist so wichtig nicht. Geschenkt. Aber es sind einige schöne Liebesgeschichten drin. Und es ist der Versuch, einer Frau möglichst ehrlich darüber zu schreiben, in Diskretion in Kauf nehmen. Dagegen ist nur nicht zu machen. Mir hat ein Freund gesagt, der Peter de Mendelssohn, der Ehemann von Hildespiel, kommt zu gut weg in dem Buch. Ich habe dem Freund gesagt, wenn deine Gattin eine Autobiografie schreiben wird, wirst du auch zu gut wegkommen. Und ich glaube, das trifft zu. Nein, er kommt gar nicht zu gut weg. Sie ist sehr aufrichtig und ehrlich, zeigt auch ihn in der Nachkriegszeit der Ersten von einer etwas fragwürdigen Seite. Wissen Sie, es gibt in Deutschland die schlechte Gewohnheit, Autobiografien von Schriftstellern gleich mit Dichtung und Wahrheit zu vergleichen. Also das hat nun mit Dichtung und Wahrheit nichts zu tun. Aber mit einem Buch wie etwa, plus minus, Stefan Zweig's Welt von gestern oder Klaus Manns Mephisto, Quatsch, verzeihen Sie, Klaus Manns Wendepunkt, mit diesen beiden Autobiografien kann man das Buch schon vergleichen. Das finde ich ungerecht. Ich glaube, dass es viel besser ist. Nein, ich glaube, der Hildes Spiel darf man nicht mit Stefan Zweig kommen. Das ist einfach ungerecht. Wo finden Sie die Welt von gestern kein bedeutendes Buch? Nein, das finde ich kein bedeutendes Buch. Und außerdem, ich würde schon die Hildes Spiel eher in Richtung Canetti rücken. Aber ich weiß nicht, warum Sie Canetti nicht gut finden. Sie werden es uns sicher sofort sagen. Nein, nicht Canetti insgesamt. Ich habe eine Abneigung gegen die beiden Autobiografien. Ich glaube, zwei Fackel im Ohr. und ich kann nicht an die drei Titel Zunge. Die gerettete Zunge und das Augenspiel. Die gerettete Zunge. Es ist eine Darstellung der frühen Kindheit, wiederum von einem, der sich so genau an alle Details in dieser Kindheit erinnert. Es ist eine sehr vornehm stilisierte Welt. Und mich hat sie nicht, nicht keineswegs, ist das ein Buch, gegen welches ich irgendwie protestieren könnte. Aber ich habe damals geschrieben und glaube, dass es richtig ist, auch wenn Sie es etwas anders sehen. Es ist ein Buch, das wichtig ist, für alle, für die Canetti wichtig. Wie kann man das Buch schon vergleichen? Das finde ich ungerecht. Ich glaube, dass es viel besser ist. Nein, ich glaube, der Hildespiel darf man nicht mit Stefan Zweig kommen. Das ist einfach ungerecht. Wo finden Sie die Welt von gestern kein bedeutendes Buch? Nein, das finde ich kein bedeutendes Buch. Und außerdem, ich würde schon, die Hildespiel eher in Richtung Canetti rücken. Aber ich weiß nicht, warum Sie Canetti nicht gut finden. Sie werden es uns sicher sofort sagen. Nein, nicht Canetti insgesamt. Ich habe eine Abneigung gegen die beiden Autobüten. Ich glaube, zwei Fackeln im Ohr und ich kann mich an die drei Titel Zunge. Die gerettete Zunge und das Augenspiel. Die gerettete Zunge. Es ist eine Darstellung der frühen Kindheit, wiederum von einem, der sich so genau an alle Details in dieser Kindheit erinnert. Es ist eine sehr vornehm stilisierte Welt und mich hat sie nicht, nicht keineswegs ist das ein Buch, gegen welches ich irgendwie protestieren könnte. Aber ich habe damals geschrieben und glaube, dass es richtig ist, auch wenn Sie es etwas anders sehen. Es ist ein Buch, das wichtig ist, für alle, für die Canetti wichtig ist. Man muss sich für Canetti besonders interessieren, um auch dieses Buch zu lesen. Aber das ist durchaus... Ist das nicht für jedes Buch? Nein, oh nein, durchaus nicht. Als die verlorene Ehre der Katharina Blum von Böll erschien, brauchte man sich nicht für Böll zu interessieren und konnte in diesem Buch einiges aus unserer Epoche entdecken. Nein, nein, so ist das nicht. Man braucht sich nicht für Wolfgang Köppen zu interessieren, um festzustellen, dass die Tauben im Graf ein bedeutendes Buch sind. Das ist auch die Autobiografische. Entschuldigung. Ja? Ich wage die Behauptung, dass die verlorene Ehre der Katharina Blum, ich habe sie damals im Spiegel vorab gedruckt, es war die erste Erzählung, die wir je im Spiegel abgedruckt haben. Ich habe das aus politischen Gründen getan. Ich möchte sagen, lesen Sie das Buch bitte nochmal, bevor Sie in Hymnen verfallen werden. Ich verspreche Ihnen, dass ich es nochmal lesen werde. Und Sie werden sie werden... Und jetzt sehe ich mein lieber Freund betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich verspreche Ihnen, über Manfred Bielers Roman. Also, Dürrenmatt hat uns ganz enttäuscht, Bieler hat uns enttäuscht, aber Peter Handtke, Frau Löffel, wie schaut es denn aus mit unserem Peter Handtke? Der hat ja ein großes Werk geschrieben. Ich habe gezählt. Das ist nur ein ganz... Sie werden jetzt Pferde referieren. Ich habe nur eins gezählt. 31 Maschinenseiten-Manuskript. Daraus wurden 80 gemacht. Natürlich können 30 Seiten genial sein. Wie lang ist die Genesis? Ha! Lieber Freund, es können genial sein 30 Seiten. Nur ich wollte nur sagen, der Surkamp-Villag hat das ganz schön präsentiert. Es wird viel Geld, 28 Mark für die 30 Seiten verlangt. Aber gut, sagen Sie mal, was steht in dem Buch drin? Ich hätte das gern gewusst. Obwohl ich es gelesen habe, hätte ich es gern von Ihnen gewusst. Ihre Unvoreingenommenheit in Bezug auf Handtke kennen wir ja. Sie haben ja schon am Telefon gesagt, dass wir hier über den Fall Handtke reden wollen. Ich wüsste nicht, wieso er ein Fall ist. Außerdem glaube ich nicht, dass man die Gewichtigkeit von Literatur an der Anzahl der Seiten ablesen kann. So gesehen müsste ja wahrscheinlich der Herr Bieler ein unglaublich gewichtiges Buch sein. Ich glaube aber, dass dieser Versuch über die Müdigkeit, so heißt dieser Text, tatsächlich viel gewichtiger ist, als er zunächst mal aussieht. Versuch über die Müdigkeit ist, glaube ich, eine Mischung aus Traktat und philosophischem Dialog. Und es geht genau über das, was er ankündigt, nämlich über die Müdigkeit. Die Müdigkeit ist zunächst mal ja etwas in Verruf. Das ist ein Zustand, der nicht so wahnsinnig wünschenswert ist. Und der Handtke denkt diesen Zustand der Müdigkeit um ins Positive. Er sagt, das ist ein Zustand, der wünschenswert ist, wenn man auf richtige Art müde ist, und er gibt schöne Beispiele dafür, dann ist das ein Zustand, in dem man wahrer, wacher und klarer ist als sonst, in dem man wenig... Sie glauben ihm das? Ich referiere. Sie referieren, na gut. Ich meine, es ist doch schwachsinnig. Es ist doch schrecklich. Die Müdigkeit kann doch nicht ein Zustand sein, wo man wacher ist als sonst. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Haben Sie sich hier mit Mystik beschäftigt? Vor der mystischen Erleuchtung muss die Auslöschung der Außenwelt in der Müdigkeit kommen. Und dies ist ein, dies ist in gewisser Weise sicher ein mystisches Buch, das den Zustand beschreibt, vor dem man zu schreiben anfangen kann. Also ich würde nicht so sagen, Müdigkeit ist... Was der Handke hier beschreibt, sind lauter Stunden der wahren Empfindung. Und das sind tatsächlich mystische Erlebnisse, und zwar eine durchaus säkulare Mystik. Nichts Religiöses, Sie brauchen keine Angst haben. Das weiß ich nicht, aber gut. Aber auch wenn er das Wort heilig hin und wieder verwendet, dann verwendet er das sicher in einem anderen Sinne. Diese Literatur, ich sage es ehrlich, steht mir sehr nahe, und ich habe diesen Text wirklich sehr geschätzt. Ich halte ihn auch für sehr wichtig.